Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Herzlich willkommen zur Besprechung von Joker, dem zweiten Teil zum 2019er, 19er Prequel sozusagen von Todd Phillips. Wir reden heute über Folie Adieu. Ich bin der Timo, ich habe zwei traumhaft tolle Gäste bei mir. Ich habe weibliche Unterstützung an meiner Seite, nämlich einmal die Melanie. Hallo Melanie. Hallo. Und zum zweiten grandiosen Gast, wie immer bei uns, die Lida. Hallo Lida. Hallo. Prima. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr, genau wie ich gestern es schon erfahren habe, mir hoffentlich am Ende sagen könnt, was ich von diesem Film halten soll. Denn schon mal ein kleiner, milder Spoiler. Ich bin nach wie vor sehr, sehr zwiegespalten, was ich von Joker Folie Adieu halten soll. Aber wir wollen erstmal ein bisschen reinkommen. Ich nehme eure Hörer oder unsere Hörerinnen einmal mit. Wir werden erstmal ein bisschen das Vorgeplänkel zum Warm-Up über den Vorgänger ein bisschen reden, wie wir unsere Erwartungen so, wie sie sich gestaltet haben. Und irgendwann werden wir über den Inhalt sprechen. Das aber möglichst spoilerfrei. Dann gibt es irgendwann von uns ein paar filmische Aspekte, die wir uns notiert haben und worüber wir uns austauschen. Dann werden wir ein kleines Resümee jeweils ziehen. Und dann habe ich noch so zwei, drei Themen. Da komme ich ohne Spoiler nicht aus. Deswegen haben wir am Ende so einen kleinen Spoiler-Teil. Mal gucken, wie lange wir uns da vergnügen werden. Fangen wir mal mit Melanie an, mit unserer jüngsten Teilnehmerin. Melanie, wie stehst du denn zum Vorgänger? Joker von 2019. Insgesamt ja zwei Oscars für Joaquin Phoenix und für den Soundtrack von, den Namen spricht dankenswerterweise, irgendwann ein Lieder richtig aus. Ich kann es nicht. Wie hat dir Joker gefallen damals? Ich habe ihn damals im Kino geguckt und ich weiß noch, dass ich ziemlich emotional mitgerissen war. Also er hat mir eigentlich wirklich sehr gut gefallen. Vor allem, ich liebe sehr die Kameraarbeit dort. Ich liebe den Look total. Ich liebe so, also was die ganzen, was die Cinematografie angeht und einige handwerkliche Aspekte. Das finde ich sehr toll. Auch wenn er ja auch stark inspiriert ist von anderen Filmen. Und was ich natürlich auch richtig, richtig toll finde, ist halt Joaquin Phoenix Performance in diesem Film. Also ich kann verstehen, warum er den Oscar bekommen hat. Ich habe mich auch sehr gefreut, wo er den Oscar bekommen hat. Ja, aber ich wollte den Film eigentlich immer noch mal noch ein zweites Mal schauen seitdem und konnte es irgendwie bisher noch nicht richtig machen, weil ich diesen Film, also ich habe ihn einmal angemacht, habe ihn zehn Minuten geguckt, ich habe ihn ausgeschaltet, weil ich ihn wirklich sehr schwer zu schauen finde. Ja, und so ging es mir auch jetzt eh nicht bei dem Film, aber darüber können wir gleich sprechen. Wie war das bei dir, Lida? Bei dir ist es wahrscheinlich ein bisschen länger her. Also hast du den, ich korrigiere mich, wenn es falsch ist, der lief ja auch 2019 in Wien, sag ich schon, auf dem Venediger Film Festival. Ist das richtig? Warst du da auch schon zu Gast? Leider nein, denn Venedig, ja, ich muss ja meine Film Festivals, ist kein Geheimnis, ich muss meine Aufenthalte dort selbst finanzieren. Und das konnte ich in diesem Jahr einfach neben Cannes, ich war ja auch in Cannes und keine Ahnung, wer sich mal anguckt, was Cannes oder Venedig in der Zeit kosten. Da zahlt man halt wirklich Tausende. Und das konnte ich halt in diesem Jahr nicht. Aber er war da, der Todd Phillips Joker, und hat sogar den Hauptpreis gewonnen, was ja eher ungewöhnlich ist für etwas, das ja trotzdem noch trotz aller Eigenständigkeit ins Genre der Comic-Verfilmungen gehört. Mir hat dieser Film, als ich ihn dann auf der Presseverführung hier in Berlin gesehen habe, sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich durchaus skeptisch war, auch weil ich von Todd Phillips nicht sonderlich überzeugt war als Regisseur bis Dapo. Also ich war keineswegs irgendwie positiv eingenommen oder bin damit vorab begeistert ins Kino gegangen, war aber dann nicht nur von Joaquin Phoenix großartiger Darstellung oder von Hildur Gutnadottiers Soundtrack vollkommen... Vielen Dank. Ja, Gutnadottier. Es ist nicht so leicht. Hildur geht ja noch, aber Gutnadottier. Hildur Dingenskirchen, hätte ich gesagt wahrscheinlich. Ja, ja, Hildur. Oder irgendwas mit Dottier. Das ist immer so die Isländer, ja. Also ich war wirklich begeistert und ich sehe manche Sachen an dem Film auch durchaus ambivalent. Ich verstehe, dass es Dinge gibt, die man auf unterschiedliche Arten interpretieren kann, was ich nur sehr, sehr wenigen Filmen zugestehe. Ich bin meistens der Meinung, dass eine Interpretation die richtige ist und die andere ist, ja sorry Leute, die andere ist falsch. Und in diesem Film sehe ich aber diese Ambivalenz, dass es Dinge gibt, die man so oder so sehen kann. Allerdings hatte ich auch im Nachhinein das Gefühl, dass dem Film einige Dinge vorgeworfen werden, die ich, obwohl ich oft die Erste bin, die da irgendwo einen Subtext sieht, besonders einen konservativen Subtext, den absolut da nicht reinsprechen kann. Zum Beispiel, dass es ein Inselfilm war. Sorry, aber nichts an Joker ist Insel. Wer sagt, Joker ist ein Inselfilm, weiß nicht, was ein Insel ist. Apropos, kannst du, weil ich das auch erst lernen musste, kannst du einen kurzen Abriss geben, was Insel genau bedeutet? Also vielleicht einige Hörerinnen und Hörer wissen gar nicht, was das genau bedeutet. Jo, Insel, also involuntarily celibates. Ursprünglich wurde dieser Begriff tatsächlich, fun fact, von einer Frau ins Leben gerufen, die sich so bezeichnete, weil sie einfach absolut keine Partnerschaft finden konnte. Dieser Begriff wurde dann aber wie so auch von einer rechten, extrem, ja, extrem misogynen Gruppe wirklich getapert. Die haben sich diesen Begriff angeeignet, der erst in einem völlig harmlosen Kontext verwendet wurde und bezeichnen sich so aus der Überzeugung, dass es eine Art Frauenverschwörung gäbe, die von einer Gesellschaft gemacht sei, in der Frauen bevorzugt werden und Männer extrem benachteiligt sind. Die Männer sind alle gehirngewaschen und glauben, die Frauen seien benachteiligt. Aber in Wirklichkeit ist es umgekehrt und diese Männer, die Insels, bezeichnen sich ja als unfreiwillig zölibatär, weil sie der Meinung sind, ihnen stehen Frauen für Sex zu. Es ist die Aufgabe der Frau, dem Mann sexuell verfügbar zu sein. Wer sich dagegen weigert, verstößt gegen die Natur. Und sie wollen ein System, in dem sie Anspruch haben auf Sexsklavinnen sozusagen. Das wollen Insels und darum paart sich also so eine Art Wut darüber, dass man selber keine Frau abkriegt. Warum wohl? Weil man ein Arschloch ist, denn sorry, wenn das dein Weltbild ist. Kein Wunder, dass du keine Freundin hast. Mit diesem Begehren nach Frauen, die man sich eben untertan machen will. Ja, das ist eben diese Insel-Ideologie. Genau, und ich hake da einmal ein. Ich gebe dir da vollkommen recht, ich habe das beim 219er-Joker auch nicht gesehen. Also warum das jetzt ein großes, oder sozusagen auf die Fahne geschrieben wurde, der Kritik, dass das jetzt irgendwie ein Inselfilm sei. Das habe ich damals schon nicht verstanden. Ich finde andere Kritikpunkte valider. Gerade eingedenkter Tatsache, dass wir es ja auch mit einer Comic-Verfilmung oder Adaption oder sehr freien Adaption zu tun haben, ist die Gewalt. Oder die Gewalt, das sind ja keine Exzesse, aber die Ausbrüche sind dann schon sehr eruptiv. Also ich habe jetzt beim zweiten Mal, denn ich habe es wie Melanie vorhin schon im Vorgespräch erzählt, wie ich ihr das schon erzählt habe. Ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal vollständig gesehen. Und ich hatte nicht mehr auf dem Schirm wie eine, unter anderem die Szene, als er seinen Kollegen wirklich mit einer Schere ins Auge sticht und danach auch noch den Schädel mal trittiert. Ich hatte die nicht mehr so drastisch im Kopf. Ich muss echt sagen, ich war erneut schockiert. Ich war erneut, ich fand es irgendwie anwidernd faszinierend. Und sowas ist natürlich etwas, was so Comic-Fans vom Joker vielleicht aus den Graphic-Novel- oder Comic-Vorlagen kennen. Wenn man aber mit Film-Joker groß geworden ist, wie ich zum Beispiel, also ich bin ja noch ein Cesar-Romero-Kind. Ich bin ein Kind natürlich von Jack Nicholsons Joker, der eher so der Comedy-Wahnsinnige ist. Und natürlich die legendäre Performance von Heath Ledger. Da bin ich einfach mit aufgewachsen. Und das war natürlich alles immer im Rahmen von PG-13. Also mit einer Jugendfreigabe ab 12 oder ab 16 bei uns in Deutschland. Und deswegen schockiert mich bei Joker tatsächlich diese eruptive Gewalt und diese, ja wie soll man es nennen, diese Unnachgiebigkeit und diese Empathielosigkeit, die Arthur Fleck da walten lässt. Dann sind andere Sachen, die mich so beim ersten Sehen sehr gestört haben. Also man merkt halt, dass, also man könnte sagen, Todd Phillips Doing Scorsese-Things. Da ist halt sehr viel Hexenkessel dabei, da ist sehr viel King of Comedy dabei, da ist ein bisschen Taxi-Driver dabei. Und gleichzeitig hatte ich immer so ein bisschen ein Problem nach der ersten Sichtung, dass ich Joker nicht so richtig die eigene Identität zugestehen wollte. Beim zweiten Sichten konnte ich diese Aspekte wirklich ein bisschen Adapter legen und hab dem Film etwas mehr abgewinnen können. Ich finde gerade auch die Mehrdeutigkeit spannend, die du angeschnitten hast. Aber, und das sag ich jetzt schon mal als kleine Vorausschau auf jetzt unsere Besprechung zu Folie Adieu, muss man jetzt im Nachhinein so ein bisschen sagen, wie mehrdeutig war es denn am Ende, wenn doch Teil 2 einige Sachen doch jetzt ziemlich schnell in Anführungsstrichen auflöst und sagt, nee, also es war dann doch so, wie wir es mal gezeigt haben. Sag mal, wie war das denn generell bei euch? Ich hatte ja schon angeschnitten, das ist sozusagen nach Heath Ledger, nach Jack Nicholson, nach Cesar Romero, nach Jared Leto, den wir nicht vergessen wollen, jetzt quasi eine fünfte Leinwand-Rekarnation vom Joker. Melanie, hast du voller Frohlockung erwartet, dass da so eine Origin-Story oder so eine andere Adaption zum Joker auf die Leinwand kommt? Oder hast du damals gedacht, Todd Phillips, den kenne ich eigentlich nur von Hangover und vielleicht auch noch von Oldschool und von Roadtrip. Warum macht er denn jetzt so einen Film und warum kriegt er dafür 75 Millionen Dollar? Ich muss ja gestehen, dass ich nicht alle Joker kenne. Also den, den ich am besten noch kenne, ist halt wirklich Heath Ledgers Joker. Ich habe auch Suicide Squad gar nicht gesehen. Aber dann hast du nichts falsch gemacht, muss ich schon mal sagen. Ja, ja. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass jeder Jared Leto halt sehr furchtbar findet. Aber, also zumindest in der Rolle. Und, aber ich muss sagen, ich finde es halt, also eigentlich finde ich dieses Konzept meistens ganz interessant, wenn man sich die Origin-Story von eben diesen Bösewichten anguckt. Also das ist ja jetzt so ein Trend, den es so ein bisschen jetzt auch bei Disney gibt, ne? Aber ich finde sowas eigentlich immer ganz interessant. Also ich fand die, also die Sichtweise, die Perspektive, die man angenommen hat, die ist eigentlich überhaupt nicht uninteressant. Wie war das bei dir, Lida? Du kennst, also ich gehe mal davon aus, dass du Ledger bis Leto quasi kennst und Nicholson sowieso. Sagt dir Cesar Romero noch was aus der alten Batman-Serie? Ja, ja, das ist aus der alten Batman-Serie. Denn Cesar Romero war zwar für mich nie so der Fokuspoint, aber ich fand immer Eartha Kitt super toll. Also ich kenne diese Batman-Serie und für mich ist auch Eartha Kitt die beste a la Catwoman. Darum kann ich absolut verstehen, wenn du sagst, für dich ist das der beste a la Joker und diese Serie, so viel sie verlacht wurde mit ihrem Bang-Boom und so weiter einblenden, hatte einen gewissen Charme. Aber das ist natürlich sozusagen wirklich die Kinder-Version, wenn man da manche Sachen anguckt, die einfach nur lustig sind oder albern, wo es wirklich nur Tom und Jerry-Gewalt gab. Für mich war immer Heath Ledger bisher die beste Joker-Verfilmung und ich war auch schon sehr skeptisch bei Joaquin Phoenix, obwohl ich ihn absolut mag als Schauspieler, weil ich der Meinung war, er ist zu alt, um Joker zu sein. Er ist ja über 50 und ich habe mir Joker immer so vorgestellt, so vielleicht jetzt nicht ganz so jung wie Ledger, aber doch so um die 30 oder 40, aber eben nicht als, also sorry, 50, 55, da ist man manchmal fast im Rentenalter. Das war für mich dann ein bisschen too much, obwohl Jack Nicholson ja auch in dem Alter war, als er Joker gespielt hat, aber dann hat es mich doch überzeugt, auch diese Transformation, die ja, das war eben auch so ein Ding, dass ich, Joaquin Phoenix, der war ja vorhin, ist ja Joker-Roller auch immer ein bisschen kummelig. Das hat für mich halt alles nicht so gepasst. So ein untersetzter älterer Mann, habe ich gedacht, wie soll das der Joker sein? Und wie er sich dann transformiert hat, das hat mich wirklich absolut überzeugt und umso mehr, umso mehr fasziniert. Also für mich ist er schon ein definitiver Joker, aber auch ein Joker, der am weitesten weg ist von der Comic-Figur. Ja, da bin ich voll bei dir. Also ich sage nochmal einschränkend, auch ich glaube, also ich stehe so zwischen den Stühlen. Ich mag nach wie vor Jack Nicholsons Joker unheimlich gerne, weil ich ihn so lustig finde, weil er wirklich ein Clown ist. Und der Heath Ledger, Joker ist halt ein kompletter Anarchist, dem alles egal ist, der die Welt einfach nur brennen sehen will. Deswegen mag ich auch dessen Performance total gerne. Cesar Romero ist natürlich meine Kindheit. Also ich sage ja nicht umsonst gesagt, auch Leinwand-Joker. Viele vergessen ja diesen schönen Oldschool-Film Batman hält die Welt in Atem. Und da ist Cesar Romero halt auch der Joker. Und für mich ist das so der erste Joker, den ich überhaupt wahrgenommen habe, bevor Jack Nicholson dann auf die Bildfläche kam. Ein Haken nochmal bei Jared Leto. Ich finde den gar nicht so schlimm. Ich weiß halt nur nicht, was dieser Joker in Suicide Squad überhaupt zu tun hat. Eigentlich hat er ja nichts zu tun. Und dann sind da so ein paar Sachen dabei von Leto, die ich jetzt, ich bin jetzt nicht der größte Freund von Method Actern, die das so zur Schau stellen. Also es gibt ja diverse Beispiele von Method Actern oder Method Actor, die das können und man weiß es im Endeffekt nicht. Oder man fragt sich irgendwann, machen sie das? Und bei Jared Leto hatte ich immer das Gefühl, der macht das halt, weil er das irgendwie auch so zur Schau stellen möchte, dass er so Method ist und so weiter. Und der Joker, wie gesagt, in Suicide Squad. Reden wir lieber nicht drüber. Und ich hake da nochmal ein, ich war einfach nur aufgrund des Namens Todd Phillips extrem skeptisch, was diesen Joker angeht. Weil ich mich gefragt habe, also Joaquin Phoenix, da weiß man ja, der zweifelt quasi ewig. Also noch während Dreharbeiten ist der ja manchmal kurz vorm Ausbüchsen, dass er sagt, ich kann das alles gar nicht. Also der hat ja da diverse, vor kurzem auch glaube ich eine Rolle, dadurch kurz vor Produktionsbeginn abgelehnt. Ja, ja, das war der Nino. Ja, genau. Wo er in letzter Sekunde, also wo eigentlich alle schon in Sack und Tüten war und er ist dann raus. Und da gab es ja auch so Spekulationen, ob die Rolle ihm zu schwul war, aber das ist halt seine typische Paranoia einfach. Ja, genau. Also der hat vor jeder Rolle so einen Schiss, das ist völlig egal, ob schwul oder straight. Nachvollziehbar. Ja, also und man merkt es ja seinem Spiel dann irgendwie auch nicht unbedingt an. Also das ist ja gerade, also so ein perfektes Beispiel für einen introvertierten Menschen, der anscheinend einen extrovertierten Job hat oder eine extrovertierte Berufung, muss man ja sagen, in Joaquin Phoenix. Ich finde den ganzen Tag auch einen ganz ganz tollen Schauspieler. Mir ist der, glaube ich, das erste Mal aufgefallen bei Science damals von M. Night Shyamalan. Und dann erinnere ich mich natürlich an sowas wie Gladiator und last but not least natürlich. Und da finde ich, hätte man damals auch vielleicht schon aufgrund seiner Gesangsperformance über einen Oscar nachdenken können. Ich mag ihn halt als Johnny Cash in Walk the Line auch total gerne. Also tolle Rollen, die er da jeweils auf die Bühne und auf die Leinwand gezaubert hat. Und bei dieser Joker-Geschichte habe ich mir wirklich gedacht, es war ja auch damals so die Zeit, wo das DCEU oder das DCEU so ein bisschen versucht hat, sich einerseits kreativ freizuschwimmen und auch so ein paar Regisseuren einfach gesagt hat, komm, mach einfach. Oh ja, und deswegen war ich damals ja auch relativ gespannt, was das denn ist. Und ich muss es aber einschränkt sagen, für mich ist auch dieser Todd Phillips Joker wirklich die am wenigsten comicartige Comicverfilmung. Und so mit Wiegen und Brechen ist es eigentlich ein Joker-Film, ist es eigentlich eine Geschichte über Arthur Fleck und das ist auch fein und in Ordnung. Jo, jetzt haben wir es so ein bisschen warm gemacht. Jetzt weise ich nochmal darauf hin. Wir reden jetzt erstmal spoilerfrei über den Joker und den Part adieu, beziehungsweise die Folie adieu. Dann gibt es ein bisschen noch was im Spoiler-Part. Wer mag denn für euch mal den Inhalt so spoilerfrei, wie er oder sie es kann, vielmehr zusammenfassen? Mir ist es egal. Ich bin da auch neutral. Also ich kann es machen, aber ich will es auch niemandem wegnehmen. Dann sehr gerne, Elida. Dann versuch einmal, so spoilerfrei wie möglich, was passiert denn eigentlich in Folie adieu? Also Arthur Fleck ist im Gefängnis für die Taten, die er begangen hat als Joker im ersten Teil. Wir erinnern uns ja, er hat sechs Leute tatsächlich umgebracht und zumindest fünf dieser Morde sind offenbar bekannt geworden. Er ist da also in einer, ja, im Prinzip ist es die geschlossene Psychiatrie, aber es ist wirklich mehr gefängnisartig, also Gefängnis für geisteskranke Straftäter. Sein Prozess steht an und wird mit entsprechendem öffentlichen Tarar beobachtet. Und er begegnet unter den Zuschauenden auch seinem größten Fan, nämlich Harley Quinn, die ihm zuerst im offenen Vollzug begegnet durch eine zufällige Vorbegegnung. Nur sie ist da ebenfalls Patientin und sucht den Kontakt zu ihm, weil sie mit ihm, ja, sich seelenverbunden fühlt. Und daraus entsteht eine sehr dynamische, aber auch sehr toxische Beziehung. Ja, das fasst du, ich finde, sehr richtig und sehr gut zusammen. Und ich überlege gerade, wo ich mal einhaken und wo ich anfangen möchte. Ich habe da so ein paar Stichpunkte notiert. Ich fange jetzt mal damit an. Hattet ihr vor Folie Adub gewisse Erwartungen an einen Sequel? War überhaupt die Idee eines Sequels für euch auf der, war es naheliegend für euch? Denn ich sage mal meinen Take dazu. Ich habe auch gestern schon bei den Kollegen gesagt, ich weiß, warum es den Teil 2 gibt. Und ich sehe das eher nicht aus künstlerischer Sicht, sondern tatsächlich aus rein wirtschaftlicher Sicht. Es gibt Teil 2, weil Teil 1 halt über eine Milliarde eingespielt hat. Und deswegen finde ich, das sage ich jetzt schon einmal, dass Folie Adub inhaltlich wahnsinnig wenig zu erzählen hat. Und deswegen für mich krass auf die Stelle tritt. Melanie, wie waren so deine Erwartungen an Folie Adub? Und kannst du den Gedanken, den ich gerade geäußert habe, ein bisschen nachvollziehen und teilen? Oder sagst du, nee, das war bei mir ganz anders? Absolut. Also ich, also man konnte irgendwie, also ich hatte schon den Gedanken, wird da noch ein zweiter Teil kommen? Und es überrascht mich auch überhaupt gar nicht, dass er jetzt gekommen ist. Aber ich finde, man hätte es eigentlich auch wirklich nicht gebraucht. Außer man wäre jetzt in so eine, also gab es nicht eigentlich auch mal die Gerüchte, dass Joaquin Phoenix Joker jetzt sogar nicht in der Batman-Reihe vorkommt mit Roman Pattinson? Also ich glaube, es gab da irgendwie die Spekulation. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall, es hat, also ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was sie jetzt noch groß erzählen wollten. Außer sie würden es halt mehr wirklich in das Batman-Universum so packen. Also wirklich dann halt wirklich eine Story erzählen, die auch mit Batman irgendwie zu tun hat. Aber das hat man ja jetzt schnell gesehen im Trailer, dass das jetzt ja auch gar nicht der Fall sein würde. Also deshalb, ja, ich, also, er tritt halt inhaltlich schon ein bisschen auf der Stelle. Und er erzählt auch vor allem sehr viel über das, was schon im ersten Teil passiert ist. Also es gibt sehr viele Wiederholungen quasi. Ja, also mir ging das tatsächlich ein bisschen, also direkt aus dem Kino gehend, da habe ich wirklich da gestanden und wusste gar nicht, was ich von dem ganzen Film halten soll, weil das manchmal so ein bisschen sacken lassen. Das ging mir genauso. Also wirklich, ich kam raus, ich hatte, okay, wir gehen jetzt direkt rein. Ich kam raus, ich hatte sehr gemischte Gefühle und alle um mich rum, ich hatte das Gefühl, alle haben den so gefeiert. Und ich war richtig verurteilt. Ich war so, ich muss erst mal meine Gedanken an, ich komme gerade überhaupt nicht klar. Ich bin so erschlagen irgendwie und auch so verunsichert auf eine Weise, weil irgendwie, da waren auch schon negative Gefühle bei. Leda, wie war das denn damals in Venedig? Das ist ja nun nicht ganz so lange her, aber doch schon eine ganze Weile. Ich habe das nämlich ehrlich gesagt in der Berichterstattung nicht so ganz nachvollziehen können. Wie war denn da damals die Rezeption und wie war deine eigene für Jokerfolie adieu? Hat das da auch deine Erwartungen eher übertroffen? Waren die eher sowieso niedrig? Wie war das bei dir? Erzähl mal. Man muss dazu immer sagen, dass Festivals immer eine eigene Welt sind, die mit der regulären Filmkritik nicht vergleichbar sind. Ja schon allein deswegen, weil man oft im Akkord Filme guckt und auch nicht die Zeit hat, den Film sacken zu lassen, sondern unter großem Zeitdruck dann auch die Kritik produzieren muss. Für mich war das nicht so extrem, weil ich sowieso zu den Leuten gehöre, die einen Film gerne sofort schreiben und rezensieren. In Venedig war die Stimmung in der Stadt sehr gespalten. Und die Erwartungshaltung war auch sehr hoch. Es war der einzige Film, und das ist immer so eine Art Zeichen, dass hier etwas mit sehr viel öffentlicher Aufmerksamkeit verbunden ist, wo vor dem Kino, nach der Pressevorführung, Leute gefragt wurden, wie war der Film, wie war Joker? Also man kommt als Kritiker oder Kritikerin aus dem Kino und da stehen andere Presseleute und fragen, wie fandet ihr den Film? Das ist nur bei ganz selten, bei ganz wichtigen Filmen der Fall. Oder wenn Filme manchmal in einer bestimmten nationalen Bubble, also sagen wir zum Beispiel in Asien oder so, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Die Audience war aber sehr gespalten. Und das spricht für mich auch dafür, wie ambivalent der Film ist und dass der keineswegs so konservativ sei, wie es manche Leute dem ersten Teil vorgeworfen haben damals. Nämlich die Venedig-Audience ist extrem konservativ und zwar so konservativ, dass ich persönlich, und das ist natürlich wieder typisch Lieder, ich würde sagen, die ist tendenziell rechtskonservativ. Mehrheitlich. Was nicht heißt, dass jeder, der nach Venedig geht, ein Rechter ist. Das will ich jetzt auf gar keinen Fall sagen. Aber gehst du da dann so mit erhobenen Mittelfingern in die Pressevorführung oder wie machst du das? Manchmal möchte ich es. Wenn ich in einem Woody Allen-Film sitze und es wird laut geklatscht für Woody Allen, noch bevor eine Szene über die Leinwand gelaufen ist, dann möchte ich manchmal wirklich ganz laut schreien, what the fuck is wrong with you? Ganz ehrlich. Das ist, da läuft eine Serie über Mussolini und die Leute feiern Mussolini. Und das in Italien. Und wer sitzt in Italien in der Regierung und ist Chef der Biennale? Direkter Nachfolger der Mussolini-Partei. Also sorry, wenn man da ein Rechtsgefühl kriegt, das ist nicht Illusion, das ist einfach eine Tatsache. Und trotzdem war aber da eine sehr gespaltene Haltung zu Joker. Mir hat der Film sofort gefallen, schon allein wegen der ganzen Referenzen auf das alte Kino, auf klassische Musicals. Die kritische Sicht gegenüber der Entertainment-Kultur, die ich mir selber einbilde zu teilen oder die ich zumindest anstrebe. Schon allein als es diesen grandiosen Looney Tunes-artigen Comic am Anfang gab, diesen Prolog, war ich eigentlich sold. Ja, war ich begeistert. Also ich war eine von denen, die rausgegangen ist und gesagt haben, ja, das ist ein klasse Film. Ja, cool. Also da mache ich mal einen Knoten ins Taschentuch bei mir. Da habe ich nachher auf jeden Fall nochmal eine Frage, weil du, glaube ich, von uns dreien da am bewandersten bist, was klassisches Kino angeht. Also da mache ich mir mal ein dickes, fettes Knötchen ins Taschentuch. Ich sage einmal kurz, wie ich es empfunden habe. Ich hatte vorab wirklich fast keine Erwartung. Ich versuche das, also ich grüße an Schlogger an dieser Stelle, die ja wirklich keine Trailer guckt und möglichst frei reingehen will. Das schaffe ich nicht immer. Hier in dem Moment muss ich, oder in dem Film muss ich aber sagen, dass ich natürlich durch den ersten, der mir jetzt, wie ich schon angedeutet habe, nicht ganz so gut gefallen hat wie vielen anderen, dass ich jetzt auch nicht ultimativ Bock auf diesen Film hatte. Heißt aber nicht, dass ich nicht den dafür wertschätzen kann, was er für mich nämlich ist. Und das muss ich wirklich sagen. Ich müsste gleich mal sagen, ob ihr das auch so gesehen habt. Ich fand es schon bemerkenswert, dass Todd Phillips ähnlich eigentlich damals wie Zack Snyder bei Batman v Superman so ein bisschen die Kritik hin oder die kritischen Punkte auch aufgenommen und gespiegelt hat. Also ist ja nun auch mal der Vorwurf, dass das doch sehr klischeehafte oder die sehr klischeehafte Kritik am Kapitalismus in Joker, dass die so ein bisschen zu sehr auf die Wurst sei und dass gleichzeitig der Joker oder Arthur Fleck so eine Art Selbstdarsteller in der Öffentlichkeit sei. Und ich finde, dass genau dieser Aspekt jetzt in Folie Adieu doch sehr schön herausgearbeitet ist. Man darf das ja nicht vergessen. Das ist ein Film, der jetzt zeitlich nicht genau kontextualisiert ist. Aber ich würde jetzt schon mal sagen, wenn der erste Teil vielleicht in den späten 70ern, Anfang der 80er angesiedelt ist, dann kann es jetzt eher so in der Mitte der 80er vielleicht gewesen sein. Das heißt, wir haben jetzt noch keine Mobiltelefonen, wir haben kein Social Media und dennoch sehen wir während des Prozesses die ganze Zeit eine Kamera laufen. Gleichzeitig merken wir aber nicht, so a la Truman Show gibt es keine Schnitte in die Öffentlichkeit. Also wie die Gesellschaft diesen Prozess wahrnimmt, sehen wir immer nur vor dem Gerichtsgebäude. Und wir hören immer nur, dass die Öffentlichkeit eine gewisse Rolle und eine gewisse Position einnimmt. Wir erleben es im Gerichtssaal, weil es da irgendwie so gefühlt für mich so a la Unterhaus in Großbritannien, in England, da gibt es dann quasi so die linke Seite von der Richterseite aus, die ist dann eher für mich so ein Nebenkläger, Familienangehöriger von Opfern, die also sich entrüstet und pikiert ist über den Prozess. Und dann gibt es rechts sozusagen wirklich so a la Ted Bundy-Prozess, gibt es so die Groupies, die da mitfiebern. Ich fand einen Zuschauer, da fehlte eigentlich nur der Bart, dann hatte ich das Gefühl, das sei Charles Mensen. Und das fand ich einen sehr spannenden Aspekt. Wie war das bei euch, Melanie? Hast du das auch gesehen? Ich fand das auch immer so interessant, dass wir gar nicht die Außenwahrnehmung wirklich mitbekommen haben. Weil das hat mich die ganze Zeit interessiert, weil ich dachte mir auch so, ich habe mich auch irgendwie ganz kurz gefragt, ob Lady Gagas Figur, also Harley Quinn, nicht vielleicht auch sogar ein bisschen lügt. Weil sie ja auch vielleicht nicht immer ganz aufrecht ist. Aber das fand ich sehr interessant, dass man sich dazu entschieden hat, wirklich das Ganze so wirklich immer sehr, ja nicht privat zu halten, aber wirklich immer sehr in den Innenräumen zu behalten und wirklich überhaupt nicht diesen Schwenk nach außen zu machen. Aber vielleicht braucht man das auch gar nicht mal so unbedingt, weil Harley Quints Figur halt eben auch sehr gut diese Masse repräsentiert als eine Figur selbst. Das fand ich sehr spannend tatsächlich. Das ist auch tatsächlich ein Aspekt, wo wir vielleicht auch nachher nochmal drüber sprechen sollten, überhaupt die Rolle von Lady Gaga, wie es mit Lee bzw. Harley Quinn nachher aussieht. Lida, teilst du meine Einschätzungen oder sagst du, das war kompletter Blödsinn, ich habe da eine ganz andere Sicht auf die Dinge, was Öffentlichkeit, was Wahrnehmung angeht? Ich kann es durchaus verstehen, dieser Film ist sehr in seiner eigenen Welt und ich würde ihn am liebsten vergleichen mit einer Art Spiegelkabinett, wo sich alle Spiegel gegenseitig reflektieren, aber niemals nach außen. Weil alles eben letztendlich in ein Spiegelkabinett, du gehst rein und von außen ist alles abgeschlottet und es ist kein einziger Blick von dem, was außen ist, sondern immer nur des eigenen darin. Und so ist es auch in dem Film, der ultra referenziell ist, auch selbstkritisch in seiner Selbstreferenzialität, aber nicht wirklich dieses Äußere mit einbezieht. Allerdings hat der erste Film das weitaus stärker gemacht. Insofern fand ich es nicht wirklich nötig, dass der zweite Film das wiederholt. Wenn man die beiden Filme also als sich ergänzende Pendanz sozusagen betrachtet. Mir hat da nicht wirklich was gefehlt. Und zumal dieser Film ja sehr viele Themen bearbeitet, sehr komplex ist, auch in seinen Psychogrammen, hatte ich das Gefühl, wenn jetzt noch mehr kommt, ist es irgendwann so viel, dass man es nicht mehr stemmen kann. Gleichzeitig fand ich es dann auch an manchen Stellen repetitiv. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe schon im ersten Teil manchmal gedacht, dass mir Klage werden soll, und das wird relativ Holzhammer-mäßig gemacht, dass Arthur Fleck quasi doch so ein bisschen ein Victim, also ein Opfer des Systems ist. Also es werden Beihilfen, Subventionen, Therapien gestrichen. Er kriegt eigentlich keine richtige Anstellung und wenn er sie bekommt, bekommt er sie durch irgendwelche dummen Zufälle, dass er da in Probleme gerät. Und im Zweiten fand ich es jetzt auch wieder sehr interessant, welchen Weg sie gehen in Sachen Arkham, dass da also die Wächter jetzt auch, sagen wir mal, als Systemvertreter doch deutlich negativ konnotiert waren. Und dann haben wir, wie ich finde, das war schon sehr, also muss ich sagen, sehr mutig und gleichzeitig ist die Frage, ob man quasi so eine Art Memberberry für Comic-Affine war. Wir haben ja tatsächlich den Staatsanwalt H.W. Dent auf der Bildfläche und ich weiß nicht, ob ihr beide das teilt. Ich hatte das Gefühl, also ich sag's mal so, ich hab's auch gestern schon gesagt, für mich gab's in den letzten zwölf Monaten nur einen unsympathischeren Staatsanwalt auf der Kino-Leinwand und das war der Staatsanwalt in Anatomie eines Falls. Lida, gehst du da mit? Also ich fand wirklich, wenn man's hier wieder so zeigen möchte, wie schlimm das System ist, fand ich das tatsächlich ein bisschen wenig differenziert und da ist Todd Phillips sicherlich wieder nicht der, sag mal so, der Mann der leisen und kleineren Zwischentöne, sondern er macht das schon sehr, sehr schwarz-weiß oder sagst du, nee, das siehst du falsch, Timo, da musst du das mal so betrachten. Ja und nein. Du hast recht, er macht das sehr einseitig, aber so ist es. Das ist dieses Ding, die Welt ist so arschig. Jeder, der schon mal in der Klatzmühle war, weiß, 99 Prozent der Wärter und ich sage bewusst nicht Pfleger, sondern Wärter sind Arschlöcher. Die Leute holen sich den Job, weil sie gerne andere rumschubsen. Das ist die Hölle auf Erden. Es gibt keine Therapie für Leute. Ich meine schon, ich sei einfach ehrlich, die ganze Psycho-Industrie basiert auf Rassismus, Sexismus, Klassismus. Nicht darauf, Menschen helfen zu wollen. Und ich denke, in der geschlossenen oder in der forensischen ist es noch schlimmer. Erst recht unter all diesem Aspekt der Mittelkürzung. Und wenn irgendjemand gegen reaktionäre Mittelkürzung und gegen so diese Elite der jungen, weißen Nepo-Babys schießt, bin ich die Erste, die ihm da salutiert und die Patronen reicht. Da kann ich einfach kein Mitleid haben. Weil ich meine, guck dir an, was passiert. Trump hat gute Chancen, wiedergewählt zu werden. Da kann man echt nicht sagen, dass irgendjemand, der vor so einer neoliberalen Zukunft warnt, zu paranoid oder zu schwarzsichtig wäre. Das ist einfach die Realität. Ja, ich würde einmal ein bisschen versuchen zu differenzieren, weil wir, glaube ich, auch mit dem Till aus der Redaktion jemanden haben, der mal in der Psychotherapie oder in der, müsste er jetzt mich korrigieren, aber das wisst ihr vielleicht besser aus eurem Treffen aus Kassel. Ich meine ja zumindest, dass er mal in der Psychiatrie gearbeitet hätte. Und ich glaube, dass die Aussage, dass eine große Mehrheit dort da gerne ist, weil sie Menschen quälen oder Menschen wehtun wollen, die würde ich jetzt, glaube ich, nicht so ganz stehen lassen, ohne dass ich es kommentieren müsste. Dennoch finde ich, und da gebe ich dir halt wirklich in Filmteilen recht und habe es selber ja auch gesagt, ich finde, hier der Film zeigt es halt sehr deutlich. Einer der Werter wird ja gespielt von Brandon Gleeson, den ich immer sehr gerne sehe und der ja einfach einen herrlichen Akzent hat. Aber gleichzeitig ist es bei dem so, das ist vielleicht der Einzige dieser Werter, der so eine Art von Charakter entwickelt. Also man hat so manchmal das Gefühl, dass der Arthur doch mal so von der Seite anschaut und so ein bisschen sagt so, ja komm, lassen wir mal fünfe gerade sein, gerade auch wenn wir jetzt in dieses Setting des Musikchors uns eintauchen lassen. Aber am Ende sind das, ich will jetzt nicht Arschlöcher sagen, aber am Ende sind das halt alles Menschen, die ja sozusagen Systemer sind. Also die vertreten ein System und versuchen dort natürlich ja, das zu vertreten, was es zu vertreten gibt, nämlich Insassinnen und Insassinnen irgendwie nicht bei Laune zu halten, sondern da gibt es halt Medikamente an der Ausgabe, dann wird kontrolliert, ob die geschluckt werden. Ja und im Anschluss gibt es dann, wenn es nicht pariert wird, halt auch mal nicht nur verbale, sondern auch physische Gewalt. Melanie, wie war es bei dir, diese Schwarz-Weiß-Malerei zwischen System, Nicht-System, zwischen auch, ja, wer ist eigentlich ihr Opfer, wer ist Täter? Wie ist es dir da mitgegangen? Ich kann verstehen, was du meinst, weil, also dass der Staatsanwalt da halt auch wieder so sehr, sehr deutlich charakterisiert wird. Ja, ich fand, also für mich kam HW Dent noch nie so ein arrogantes Arschloch drüber wie hier, muss ich sagen. Also das war echt krass. Ich fand das so witzig, dass du das mit Anatomie eines Falls gesagt hast, weil ich hab das die ganze Zeit gedacht beim Schauen, weil ich hab den auch erst vor ein paar Tagen geguckt und ich fand die Parallelen auch so interessant. Ja, aber, ja, also man hatte wirklich erstmal tatsächlich das Gefühl, dass man wirklich mehr Nuancen auch mit diesem Einwärter bekommt, aber dann im Endeffekt wurde das halt auch, also, ich sag mal, fragiles Ego mäßig dann auch, ich fand das eh so schlimm, also kann ich kaum drüber reden, so richtig, aber ich stimme dir ja irgendwie schon zum Teil auf jeden Fall zu, dass das... Ja, ich find's vor allen Dingen eindrücklich in einer Szene, in der man so diese Oberflächlichkeit auch merkt, da wird dann Arthur zum Rasieren hingelegt, also dieses vorgebliche, wir pflegen jetzt mal den Menschen, der jetzt gleich vor Gericht stehen soll und dem Richter vorgeführt werden soll, dann wird aber ihm einfach ein Cut verpasst und der wird quasi komplett ignoriert, also das ist dann so ein Motto, wir haben dich rasiert, jetzt deal with it, dass du dabei halt geschnitten wurdest oder also ganz einfache Frage, warum kann der sich nicht selber rasieren, sondern warum wird der rasiert, das ist eine Sache, wegen der Psychiatrie, in der Forensischen darfst du keine Stipplocken oder sowas haben, du isst sogar von Plastik bestellt. Okay, aber dann muss man echt sagen, in der Filmrealität, wie oft Arthur quasi dann doch mal in Anführungsstrichen unbeaufsichtigt rumrennen darf, obwohl er ein mehrfacher Mörder ist, hat mich dann wieder so in der Logik manchmal ein bisschen rausgebracht, muss ich da an der Stelle sagen, aber den Punkt gebe ich euch natürlich klar, verstehe ich auch, nur hat dieses Bild wirklich, dass er da Joker-like natürlich auch mit Blut am Mund rumlaufen musste und dann echt erst am Ende das abgewischt wurde. Ich glaube, war es nicht sogar dann Harley Quinn, die ihm das abwischt, ich weiß es gar nicht mehr. Ne, das war die Frau. Und das war auch ganz ähnlich mit der Regenszene, wo er ja komplett nass, also wo er total unterm Regen laufen muss und die bieten ihm nicht mal irgendwie einen Regenschirm an und sowas. Sag mal, bevor ich das vergesse, das habe ich nämlich gar nicht notiert, er hat ja eine Verteidigerin gespielt von Catherine Keener. Wie ging es euch mit der? Die wird ja irgendwann, das können wir ja aus Spoilergründen vielleicht noch später sagen, aber die hat dann irgendwann deutlich weniger Screamtime, um es mal so zu sagen, aber diese Figur an sich fand ich merkwürdig geschrieben, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, ist sie jetzt eigentlich quasi da auch wieder, also es gibt ja so Strafverteidigerinnen oder Strafverteidiger, die auch sagen, naja, ich bin halt hier, weil ich vom System so eingesetzt werde, ich bin halt so eine Funktionsstelle. Ich hatte bei ihr aber das Gefühl und ich weiß immer gar nicht, ob das nur daran liegt, dass es mit einer Frau besetzt wurde, dass da doch so eine Art von Empathie irgendwie durchschümmerte. Habt ihr das auch so wahrgenommen? Unbedingt, ja. Sie hat ja fast was Mütterliches und ich denke, diese ein erwähnte Szene, wo sie ihm dieses Blut abwischt, fast so als ob es so ein bisschen Essen oder so wäre, wie Mama das so macht, das hatte ja klar eine mütterliche Note und dass sie offenbar wirklich ja ein Interesse hat, ihm zumindest die Todesstrafe zu ersparen, das merkt man und da persönlich mit drinsteckt, also offenbar auch mehr macht, als sie eigentlich minimalen machen müsste und das ja auch schon eine Form von Zuwendung ist. Ja, stimmt. Gehst du auch mit Melanie? Stimmig, ja. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es auch wirklich ihr eigenes Interesse ist und dass sie irgendwie, also dass sie wirklich auch daran glaubt, an diese Version von Arthur Fleck halt glaubt und also das hat sie auch, glaube ich, kurz am Ende gesagt, also am Ende, bevor sie weniger zu sehen war, also da hat sie auch nochmal richtig deutlich gemacht, was sie halt über seinen Zustand denkt und hat immer wieder betont, dass es so ist und versucht es ja ihm auch zu erklären. Ja und man merkt dann ja, dass Arthur dann ja einfach wegblendet, also ganz häufig so in so eine Art innere Immigration geht und sich einfach abschottet von der Welt und genau in diesen Momenten, manchmal in diese und das hat man versucht, im Marketing ja ein bisschen zu verstecken, obwohl es doch relativ schnell klar war, wenn man Lady Gaga besetzt in einer weiblichen Hauptrolle Harley Quinn und Joachim Phoenix auch nur weiß, dass der in Walk the Line selber gesungen hat, denn wir haben hier tatsächlich einige Musical-Einlagen dabei und es ist immer so mal, dass Arthur weg singt und weg in Tagträume sich flüchtet und dann eine Musical-Nummer geht. Wie ging es denn euch mit der Einbettung? Ich sage es bei mir schon mal vorneweg, ich bin kein Musical-Hasser, aber wenn ich die Wahl habe zwischen einem guten Musical und einem soliden anderen Film, greife ich furchtbarerweise zum soliden anderen Film. Ich kann mit Musicals nicht ganz so viel anfangen und muss auch zu meiner Schande gestehen, das letzte bewusste Musical, was ich gesehen habe, war nicht La La Land, sondern ich glaube Chicago und ich habe bei Joker Folie Adieu auch so ein bisschen Chicago-Vibes wahrgenommen, einzig, dass ich die Inszenierung nicht so herausragend gut fand, wenn Musical-Darbietungen auf der Leinwand flimmerten. Wie war das bei dir, Melanie? Also ich hatte eigentlich wirklich die besten Voraussetzungen, diesen Film zu mögen. Weil ich meine, ich konnte was mit dem ersten Teil anfangen. Ich mag Musicals sehr, sehr gerne und ich mag Lady Gaga. Also es war eigentlich perfekt. Das ist wie Überraschungsei, gleich drei Dinge auf einmal. Was Spannendes, was zum Spielen und Schokolade. Ja, cool. Ja, perfekt. Hat man ja schon irgendwo gehört immer mal wieder, dass das Musical werden soll. Und ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, wie werden sie das denn jetzt machen? Weil irgendwie müssen die das ja logisch in den Film einbauen. Und es war dann eigentlich so, wie ich es mir gedacht habe. Und zwar, dass es halt eben diese Tagträumereien und diese Fantasien und Gedanken von Arthur sind, wo das dann halt meistens stattfindet. Und das finde ich eigentlich an sich gar nicht mal so schlecht, die Idee. Aber ich muss sagen, ich bin leider nicht so, also irgendwie all diese Nummern, die haben mich nicht vom Hocker gerissen. Und irgendwie, ich fand auch die Inszenierung, also ich finde, man hätte auch noch so viel mehr mit der Inszenierung dieser Szenen machen können, weil du ja eben, du hast ja eben diese Tagträumerei, das kann man ja unendlich weit spannen, dieses Feld. Man hätte da so viel Kreatives auch reinfließen lassen können und noch mehr machen können. Und das hat man irgendwie nicht gemacht, weil man sich immer entschieden hat, das Ganze auf so einer Bühne stattfinden zu lassen. So eben halt, weil er sich, glaube ich, eben auch vorstellt, was ja irgendwie auch passend zum Charakter ist, dass er diese Late-Night-Show hat quasi. Und ja, das passt irgendwie schon zu ihm. Aber ich finde, man hätte trotzdem noch viel mehr mit der Inszenierung dieser Szenen machen können. Und weshalb ich letztendlich sagen muss, als Musical funktioniert dieser Film, um ehrlich zu sagen, gar nicht so gut. Da hake ich nochmal kurz ein, bevor ich Lieder einmal mit dem Knoten aus dem Taschentuch inlösen möchte, weil du vorhin schon was zu den Musical-Nummern sagtest. Ich fand auch diese, es hat sich immer sehr aufgesetzt gefühlt. Das ist im Musical schon immer ein Problem, was man sich natürlich nicht fragen darf. Warum singen die das jetzt einfach? Warum singen die das nicht gegenseitig? Aber hier war es halt wirklich so, wirklich das Gefühl so, okay, jetzt kommen die Musical-Nummern, Achtung, und jetzt geht's los. Und das hat sich für mich nicht so ganz organisch in die Handlung eingebettet. Und gleichzeitig erzählen auch nicht alle Musical-Nummern irgendwie, wie es sonst in Musicals manchmal üblich sind, oder möglich ist, erzählen eine Geschichte weiter. Und das hat mich so ein bisschen rausgebracht. Wie war das bei dir, Lieder? Du sagtest ja schon eingangs, dass du gerade die Verweise auf klassische Musicals und klassische Filmwerke recht interessant fandest. Genau, der Film spielt ja ganz direkt auch mit Songs, die eins zu eins übernommen werden, aus Paul Joey, The Bandwagon, da ist That's Entertainment, kommt aus The Bandwagon mit Judy Garland, Klassiker des Golden Age of Musical. Was haben wir noch? Sweet Charity war da, glaube ich, noch, Singing in the Rain, auch, ja, ich glaube, also ich Geiseln, Dolls auch ein bisschen von der Atmosphäre her, also ganz viele Musicals. Und ich denke, wie der Film Musicals betrachtet, hat was sehr Ursprüngliches, weil wir heute Musicals oft als kitschiger wahrnehmen und die gegenwärtigen Musicals wie Mama Mia oder Lala, das sind viel kitschiger als die Golden Age Musicals oder die Silver Age Musicals, also Silver Age ist dann so die 30er, Busby Berkeley mit sowas wie Gold Diggers of 1933 oder Showboat von James Whale, der ja auch Frankenstein gemacht hat, also er hatte auch diese Showboat, denkt man, passt überhaupt nicht, aber passt total, dass diese Filme weitaus düsterer waren, als wir sie oft in Retrospektive wahrnehmen, und auch weit, wie soll ich sagen, lasziver, viel sexueller und viel anspielungsreicher, wenn man sich einige Texte dieser Musicals durchliest, denkt man, what, das waren die 40er, das wurde in den 50ern geschrieben? Und genau so war es, auch wenn man diese alten Szenen nochmal sieht, von dieser Szene, ich glaube, das ist 42nd Street, wo am Ende diese hungrigen Massen der großen Depressionen nach Brot rufen oder diese eine Szene, das war, glaube ich, aus Gold Diggers, He's My Man, wo es um die Weltkriegssoldaten geht, die wiedergekommen sind und nur wie Dreck behandelt werden. Es gibt in 42nd Street eine Szene, wo eine Frau sich umbringt, in einer Tanzszene, aus dem Fenster springt und dann springt sie, fällt sie, crasht sie auf den Boden, springt wieder auf und tanzt weiter. Und ich denke, das drückt wirklich diesen Geist dieser Ära aus, das ist überhaupt nicht so super, wo sich alles war und man trotzdem gesagt hat, wir feiern jetzt. Und das spiegelt sich direkt in dieser Mischung aus Sensationismus und Sadismus, die Dad's Entertainment feiert. Denn da wird ja, wenn man diese ganzen Texte sich durchliest, ist der ja eigentlich furchtbar zynisch. Und trotzdem wird ja da von Judy Garland und Frank Sinatra, Fred Astaire, Ginger Rogers, all die Großen des Musicals, oder Sid Cheris, die tanzen da und singen das und die meisten von den Leuten hatten furchtbar traurige Leben. Das ist eben, und das weiß Joker Folli Adieu alles. Er weiß das und er erinnert uns permanent daran. Und darum denke ich, soll er auch gar nicht auf diese Weise glatt als Musical funktionieren, sondern immer wieder sagen, das ist Eskapismus. Dieser Eskapismus ist das Einzige, was wir haben, weil die Realität so schlimm ist, dass wir sie gar nicht mehr ertragen können. Und das stimmt ja irgendwie. Diese Welt ist eine Hölle. Ja. Ich entdecke mal den inneren Markus Lanz in mir und versuche nochmal die Frage beantwortet zu bekommen, wie organisch die die Musical-Nummern eingebunden fandest. Also ich muss nur nochmal sagen, ich fand es halt manchmal sehr aufgesetzt, dass jetzt also eine Musical-Nummer beginnt. Wie war es da bei dir? Ja, man merkt, ich denke, dass die, es wirkt manchmal etwas aufgesetzt, aber es hat für mich in dem Rahmen funktioniert, dass sie auch diesen Bruch innerhalb von Arthurs Persönlichkeit ausdrücken. Also so, wie er selber zersplittert ist und dieses Bild des Gebrochenen wird ja schon in diesem Cartoon am Anfang referenziert, der ja auch zu so einer ganz klassischen Musik läuft, das denke ich, soll zu einem gewissen Grad so sein. Man hätte es glatter machen können, aber Joker, folie adieu, ich denke, es ist kein Film, der glatt sein will. Und am Ende war ja da die Zuschauerschaft gespalten. Und ich denke, dieses Gebrochene, dieses Gespaltene, das passt auch. manchmal funktioniert es einfach. Ist es so ein bisschen wie, wie heißt das gleich, es gibt diese japanische Kunst, wo man eine Vase kaputt macht und sie dann mit Gold wieder klebt und sie ist noch schöner danach? Kann ich was sagen zu dem Punkt? Sehr gerne. Von eben, ich glaube, das große Problem ist, zum Beispiel, du Lieder, du hast ja jetzt die ganzen Informationen oder du weißt das alles über diese Oldschool Musicals und sowas. Ich zum Beispiel habe davon gar keine Ahnung, weil ich bin wirklich mit diesen, die du gerade auch aufgezählt hast, mit diesen modernen Musicals aufgewachsen, wie zum Beispiel Mama Mia oder La La Land ist ja einer meiner Lieblingsfilme und sowas. Und ich glaube, das große Problem wird sein und das ist sowieso das Problem des Films, dass so viele Leute damit gar nichts anfangen können und sich zum Beispiel auch gar nicht die Zeit nehmen werden, sich mal hinzusetzen. Also ich glaube, wenn du sowieso im Film sitzt, dann wirst du eh total von diesen Musicalnummern so überrollt, dass du überhaupt nicht hinterher kommst, dich mit den Lyrics auseinanderzusetzen von den Stücken. und also ich glaube, niemand wird sich richtig die Zeit nehmen, sich hinzusetzen und die alle mal so durchzugehen und dann zu schauen, okay, wow, okay, das bedeutet das so. Das ist halt so ein bisschen das Fatale auch so ein bisschen an dem Film. Dieser ganze Musical-Aspekt, der wird irgendwie so, der wird ja sowieso schon von den meisten Zuschauern eh direkt abgelehnt. Also die meisten werden sich sowieso total aufregen, dass es drin ist und dann werden sich wahrscheinlich auch noch die wenigsten so richtig damit auseinandersetzen, obwohl Joker wahrscheinlich auch so interessante künstlerische Entscheidungen getroffen hat, eben genau diese Songs auszuwählen, was so spannend ist. Aber ich finde, also das finde ich gerade so schade, diese Realisation, dass halt die meisten das wahrscheinlich einfach komplett wegignorieren werden. Weil ich zum Beispiel, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, jetzt habe ich ein bisschen gehört, was das Ganze auch vielleicht bedeutet und was für Hintergründe da drin stecken und jetzt hat es wieder mehr Bedeutung für mich. Aber ich hatte, wie gesagt, keine Ahnung davon. Insofern ist das natürlich, um jetzt wieder zwei Seiten der Medaille zu sehen und die zweite einmal vorzunehmen, ist das schon ein ganz schöner bald Move von Phillips, dass er sich dazu entscheidet, aus diesem, sagen wir mal, ein sicheres Sequel zu konzipieren, vielleicht auch wieder so ein bisschen Scorsese-Vibes zu versprühen und so Einflüsse aus dieser Zeit, aus dieser Ära geltend zu machen. Sagt er sich halt, nee, ich mache jetzt was, in Anführungsstrichen, ich mache ja gar nicht ganz was anderes, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass Todd Phillips seinen inneren Rian Johnson entdeckt, aber es ist ja schon so ein bisschen das, nicht unterwandern, aber ein bisschen das Spiel vielleicht mit Erwartungshaltung und gleichzeitig zu sagen, Mensch, also wenn ich schon, und wir reden nachher vielleicht nochmal über das Audiovisuelle und die Bilder und das Gesamtpaket, aber wenn ich dann wirklich lese, dass der Film 200 Millionen Dollar gekostet haben soll, der erste hat 75 gekostet, also fast nochmal das Ganze zumindest gut verdoppelt, fast verdreifacht an Budget, ist das natürlich schon, dass man sagen muss, also sich dann zu entscheiden, nicht auf Nummer sicher zu gehen und vielleicht ein klassisches, ich sag's mal, Gerichtsdrama zu nehmen mit einer Art von Spannungskurve, denn das muss man ja sagen, also für jemanden wie mich, der halt Courtroom oder Courtroom-Thriller total gerne schaut, ist das halt wirklich nichts, was man jetzt hier gucken muss, um jetzt mitzufiebern, wie das Ganze ausgeht, sondern es ist dann wirklich eher das, wie passiert etwas, welche Dinge werden hier vielleicht gespiegelt, das ist dann sicherlich spannend und in dem Fall, ich hab gestern nach der Pressevorführung mit vielen Kollegen so gesagt, Mensch, also Todd Phillips inszeniert halt so, weil er Bock dazu hat, aber so richtig einen Sinn darin sehe ich tatsächlich nicht, insofern muss ich mich jetzt nicht revidieren, aber zumindest da gebe ich eben auf jeden Fall Kredit dafür, dass er sich mit so einem großen Budget und einer, ja doch einer IP, wie ist der Joker und wie ist DC Comics, sind, obwohl wir schon diverse mal angesprochen haben, wie viele Freiheiten und wie frei diese Adaption ist und wie viele Freiheiten er sich nimmt, aber es ist schon echt ein ziemlicher, also Chapeau und Respekt für diese Entscheidung, sie gefällt mir nicht in allen Teilen und ich kann sie nicht in allen Facetten erfassen und auch tatsächlich nicht würdigen, aber es nötigt mir schon einfach eine Menge Respekt ab, was Todd Phillips hier, ja, mit dem, mit dem Track Record, den er bisher auch für mich hatte, ich hab ihn ja wirklich auch genau wie du Lieder eher skeptisch im Kopf, ich finde auch seine Komödien gar nicht so wahnsinnig lustig, muss man dazu sagen, deswegen Chapeau, also man wächst ja angeblich an seinen Aufgaben, anscheinend ist das zumindest in Teilen bei ihm ein bisschen gelungen. Jetzt komme ich ein bisschen zum Stinker, muss ich sagen, denn, ich will es nicht böse klingen, Lady Gaga ist eine tolle Sängerin, Lady Gaga ist in A Star Is Born auch eine ziemlich gute Schauspielerin, ich muss allerdings sagen, dass mir ihre Performance als Sängerin hier deutlich besser gefallen hat, wobei auch die manchmal so ein bisschen kratzig, verraucht klang und mir vielleicht gar nicht so gut gefallen hat, aber wie war denn für euch, für Lieder, für dich und für Melanie, für dich das Spiel von Lady Gaga? Denn ich sag ganz ehrlich, Lady Gaga wird für mich, Stand heute, nicht die größte Schauspielerin, die ich auf dem Planeten bisher gesehen habe. Wie war das bei euch? Wie ist da die Wahrnehmung? Dann fang ich einfach an. Ich wollte dir ein Vortritt lassen. Ich dachte, Jugend vor Alter, aber ich fand sie schon in solchen Filmen wie House of Gucci großartig. Sie war für mich der einzige Grund, also das einzige positive Element in A Star Is Born, der für meinen Geschmack einfach zu kitschig ist, aber will dem auch niemandem schlecht machen. Also ich würde gerne noch mehr von ihr sehen und ich war auch sehr gespannt, wie sie diese Rolle hier übernehmen würde und für mich ist sie auch absolut die bessere Harley Quinn, weit mehr als Margot Robbie, obwohl ich absolut nichts gegen Margot Robbie habe. Sie ist eine gute Schauspielerin, aber ihre Harley Quinn war für mich einfach immer zu kindlich, zu harmlos, zu naiv, zu heldenhaft und Lady Gagas Harley Quinn hat wirklich, du Melanie hast es glaube ich ja gesagt, dass sie auch lügt, dass sie auch manipulativ ist und gerade diese Eigenschaften machen sie eben spannend und komplex und auch zu einer angemessenen Partnerin für Arthur Fleck, weil diese Figur eigentlich nie heroisch war. Ich meine, sie ist die Freundin des Jokers. Hier irgendwie so ein Good Girl zu sein, das würde auch gar nicht passen und das verkörpert Lady Gaga für mich viel besser, besonders weil sie eigentlich die wahre Soziopathin ist in dem Sinne, dass sie das kann, was fast alle Soziopathen können, nämlich eine Fassade der Normalität darstellen. Melanie, jetzt bist du an der Reihe. Wie gefiel dir die Performance als Schauspielerin wie auch als Sängerin von Lady Gaga? Also ich fand sie eigentlich wirklich ganz gut. Ich fand sie jetzt auch nicht komplett herausragend. Also ich finde, Joaquin Phoenix stellt immer noch jeden in den Schatten so. Aber was ihren Gesang angeht, muss ich sagen, ich finde, sie hat das wahrscheinlich auch eben extra an die Rolle auch angepasst. Also sie singt so normalerweise eher nicht. also doch in manchen Szenen schon. Aber in manchen Szenen ist es auch, glaube ich, eben extra so gewählt. Die Art und Weise, wie sie singt, ist, glaube ich, sehr an die Situation und an die Rolle eben angepasst. Was ich auch wieder eigentlich ganz cool finde. Und ich finde, sie hat auf jeden Fall, also es gibt auf jeden Fall so Szenen, da merkt man einfach, das ist eine Sängerin und sie fühlt sich auch wirklich richtig wohl gerade in diesem, weil sie ist einfach in ihrem Element so. In manchen dieser Musical-Nummern, wenn sie zum Beispiel auch auf dem Piano saß oder sowas. Ich glaube, mein Problem ist so ein bisschen mehr mit ihrer Figur. Also Lida hat jetzt gerade davon gesprochen, also sie hat sehr komplex beschrieben. Ich hatte ein bisschen das Problem, ich hätte mir irgendwie tatsächlich so ein bisschen mehr Nuancen von ihrer Figur gewünscht. Ich weiß, also ich sehe sie irgendwie so ein bisschen als dieses Vehikel, die auch den Plot ins Rollen bringt und eben halt dafür sorgt, dass Afa quasi anfängt, was zu machen quasi auch. Ja. Also dass er jetzt eben nicht diese Person bleibt, die er von Anfang des Films ist. Und was wollte ich gerade sagen? Jetzt habe ich gerade irgendwie den Faden verloren. Genau. Und dass sie halt, sie ist halt irgendwie die Verkörperung dieser, dieser Message, die der Film auch rüberbringen will. Und zwar alles rund um diesen Personenkult, der ja um den Joker entstanden ist. Und sie ist quasi das perfekte Paradebeispiel von diesem Personenkult. Also von einer Person, die jemand, also von einem Fan quasi, die einer Person nachstrebt. Aber ich hätte mir irgendwie noch ein bisschen mehr so wirklich über sie gewünscht. Also im Endeffekt wusste ich jetzt gar nicht mal so viel, wer sie jetzt in Wahrheit ist, weil sie eben ja auch dann lügt. Und also sie ist mir so ein bisschen ich konnte sie nicht richtig greifen dann im Endeffekt. Außer, dass sie halt crazy ist. Ja. Ich fand den Aspekt recht spannend, dass es ja doch im Vergleich zu den bisherigen Inkarnationen im Comic-Bereich und auch auf der Leinwand, es gibt ja auch so diverse Zeichentrick-Animationsfilme aus dieser DC-Reihe. Und da ist Harley Quinn ja eigentlich immer eher so in der Kombination mit dem Joker doch eher die Unterworfene. Also da ist der Joker, der Manipulative. Der Joker, der sie quasi ja nicht nur überredet, sondern auch tatsächlich ein bisschen verführt, auch übergriffig ist. Und das ist schon ganz spannend, dass Phillips hier tatsächlich die Sache jetzt ja fast schon Snyder-esk, der ja auch immer so über Konstruktion und Dekonstruktion von DC-Helden das versucht hat, es aufzubauen, nur natürlich wesentlich weniger subtil, wie es dann Todd Phillips eventuell hier gestaltet hat. Aber ich fand es ganz spannend, dass hier so eine kleine Umkehrung stattfindet. Das stimmt. Also die Performance von Lady Gaga, hatte ich ja schon gesagt, war jetzt nicht ganz so, wie ich sie mir gewünscht hätte für eine Harley Quinn. Aber inhaltlich fand ich es doch recht spannend, dass sie zum einen natürlich, wie du auch sagtest, Melanie so ein bisschen der Auslöser für Arthurs ja, Phlegma-Auflösung sozusagen ist. Also dass er aus dieser ganzen Geschichte rauskommt und wirklich so ein bisschen wieder mit der Außenwelt zumindest in Kommunikation und in Tuchfühlung gerät. Und gleichzeitig ist es ja so, da müssen wir aber im Spoiler-Teil erst drauf kommen, weil ansonsten fühlen sich die ein oder andere Hörerinnen und Hörer sagen vielleicht, das ist toll, das hättet ihr auf jeden Fall im Spoiler-Teil sagen müssen. Ich wollte vorher erstmal hören, wie der Film ist. Es gibt so einen Aspekt am Ende, den ich schon, da nehme ich mal das Stichwort von vorhin, nämlich Insel auf, da könnte man definitiv eine Sache ihr vorwerfen oder den Machern, was sie mit Harley Quinns Figur machen. Da kommen wir aber wirklich nochmal, da habe ich zwei, drei Fragen vielleicht am Ende des Spoiler-Parts für euch und möchte da gerne mal eure Sicht der Dinge sehen. Melanie, du hattest das schon gesagt, für dich, Joaquin Phoenix stellt quasi Lady Gaga in den Schatten. Wie ist es denn bei dir, Lieder? Würdest du ihm tatsächlich nochmal eine erneute Oscar-Nominierung zutrauen? Würdest du ihm auf jeden Fall so eine Anerkennung zukommen lassen? Oder siehst du es ganz anders und sagst, das ist eher the more of the same und das hätte ich jetzt in der Fortsetzung vielleicht eher nicht gebraucht? Die Frage, ob er jetzt dafür nochmal eine Oscar-Nominierung kriegt, schwer zu sagen, weil da ja auch oft solche Faktoren mit reinspielen. Wer hat noch keinen gekriegt? Wer ist jetzt an der Reihe? Was waren die erfolgreichsten Filme? Also gerade bei den Oscars ist ja die Einnahme und der Publikumsstatus ein ganz großer Faktor. Und Joker ist ja nicht so erfolgreich gewesen beim Publikum, wie man das projiziert hatte oder erhofft hatte erst, obwohl er gut läuft. Daher schwer zu sagen. Ich würde vermuten eher nicht. Was nicht heißt, dass es nicht verdient wäre, aber das ist eben wie so oft bei, egal ob Festival oder Darstellerpreisen oder so, da spielt halt viel Politik mit drin. Ja, da hast du recht. Ich muss sagen, also ich habe schon gesagt, ich fand Roakin Finkes auch wieder toll. Ich mochte, wie gesagt, ich mag den gerne, auch wenn er singt, hören. Er hat nicht die tollste Singstimme, aber er hat irgendwie was in seiner Stimme. Das passt zur Figur. Ja, total. Also es ist auch so, er klingt ja auch als Johnny Cash, gar nicht so wirklich wie Johnny Cash, aber er hat halt so seine eigene, seine eigene Klangfarbe in der Stimme und die kann ich ganz gerne oder die mache ich ganz gerne hören. Einzig würde ich tatsächlich auch sagen, dass es hier ein bisschen, also ich habe jetzt keine schauspielerische, aber auch inhaltlich nicht so richtig nochmal eine neue Facette von Arthur eigentlich hier präsentiert bekommen, sondern es ist dann doch, ja, ich will nicht sagen repetitiv, aber es ist doch schon wieder eigentlich das Gleiche. Also wir haben nochmal so die Anspielung auf Missbrauch in der Kindheit, auf eine, ja, vielleicht sogar auch fast toxische Beziehung zur Mutter, die sich dann auch im Endeffekt, wie wir es im ersten Film ein bisschen schon negiert gewusst haben, die sich dann doch eher über ihren Sohn lustig gemacht hat und da auch so eine ganz entfremdete Beziehung zum Gefühl geführt hat. Und ich finde, außer dass halt dann Musicalnummern hinzukommen, die so ein bisschen so eine Art Tagträume oder Flucht aus der Realität bedeuten, ist mir das dann doch tatsächlich vielleicht doch ein bisschen wenig von der Figur wie auch von Joaquin Phoenix gewesen, um da vielleicht nochmal eine Nominierung zu rechtfertigen, um auch mir gleichzeitig die Figur ein bisschen näher zu bringen. Denn, ey, machen wir uns nichts vor, dass ein mehrfacher Mörder, egal was für eine Art von Psychose, von Krankheit, von Trauma in ihm schlummert, er hat halt wirklich, und das ist ja auch so eine Frage, die hier gar nicht so sehr in den Vordergrund gedrängt wird, die ist zwar auf der Oberfläche, Stichwort Zurechnungsfähigkeit, Unzurechnungsfähigkeit, viele wissen das ja auch, unzurechnungsfähig erklären zu lassen, erscheint in Filmen immer ganz leicht, in der Realität ist es ja ganz, ganz schwierig, weil man ja in diesen Menschen gar nicht richtig reinschauen kann. Gleichzeitig gibt es eine Szene, wo einer der Gutachter quasi so ein bisschen ausgezählt wird, weil er zuerst behauptet, er hätte zwei Stunden mit ihm verbracht, am Ende stellt sich heraus, es waren knapp anderthalb und so richtig tief in Anführungsstrichen in die Figur, in die Persönlichkeit eindringen konnte er auch gar nicht erst. Ja, wie gesagt, ich finde es schwierig, ich finde so, was die Figuren angeht, der Rest, muss man ehrlicherweise sagen, Catherine Keener als Verteidigerin bekommt ein bisschen Fleisch, Harvey Dent ist für mich eine arrogante Sau, der soll auch so sein, Hm, Comic-Liebhaberinnen und Comic-Liebhaber werden denken, ja, also in Harvey Dent schlummert vielleicht auch ein bisschen von dieser Arroganz, also auch jetzt seine Leinwandinkarnationen von Tommy Lee Jones oder auch von Aaron Eckert waren sicherlich auch so ein bisschen, also schammelt er vielleicht ein bisschen Arroganz durch, aber diese Facette so komplett auszuspielen fand ich mutig, fand ich gleichzeitig auch ein bisschen zu plakativ, aber ansonsten wollte ich jetzt mal so ein bisschen in Sachen Audiovisualität, Bilder, Bildgewalt gehen, ich finde nämlich eine Sache recht spannend, ich bin etwas überrascht, dass Folie Adieu als Experience in IMAX präsentiert wird und ein bisschen beworben wird, denn ich sage jetzt auch mal schon mal so, Musik kann man halten für davon, was man will, Ausstattung selber ist für mich absolut in Ordnung, aber was so Bilder angeht, muss ich jetzt sagen, ich sehe die 200 Millionen auf der Leinwand nicht so ganz so sehr, es sind doch von den Kulissen ja relativ eintönige, wir haben halt Arkham, wir haben den Gerichtssaal und dann haben wir diese Musical Settings, wieder gehst du mit bei mir, wenn du sagst, also das ist schon ein Kinofilm, aber würdest du ZuschauerInnen, die vom Joker Folie Adieu sagen, ich will den unbedingt Kino sehen wegen der Bildgewalt, würdest du sagen, Leute, da überleg dich das lieber nochmal zweimal, das ist vielleicht nicht das Hauptargument, um diesen Film im Kino zu schauen. Es ist sicher nicht das Hauptargument, das ist bei dem Film wirklich die Dramatik, die Schauspielenden, der Soundtrack, aber nicht die Bilder, es ist eben kein Actionfilm, wie viele Comic-Helden-Verfilmungen, es ist nicht sowas wie Avengers oder die alten Superman-Filme, wo es wirklich um die Effekte ging und oft mehr über die Effekte geredet wird als Story oder sonst irgendwas, aber das zeigt ja schon unsere Diskussion hier, wir haben über alles Mögliche diskutiert, aber nicht über die Effekte und das finde ich aber gar nicht schlecht, denn gerade als Kinokritikerin sehe ich ja diese ganzen Superhelden-Filme und habe dann auch wirklich genug von Explosionen und Raumschiffen, die durch die Gegend fliegen. Ich möchte gern mal dieses reale Konzept sehen, was wäre denn, wenn man sowas wie Superhelden oder Superschurken oder Leute, die dazu stilisiert werden, im echten Leben hätte, Vigilanten oder durchdrehende Kultführer oder dergleichen und immer wieder gibt es ja solche Figuren, die zumindest, du hast jetzt mal wie Charles Manson erwähnt, der durchaus interessant ist, weil er eben diese Gefolgschaft hatte von jungen Frauen, die alle aus der Oberschicht kamen, die alle aus sehr, sehr guten Familien kamen oder fast alle, also das klassische Klischee, dieses, ja, Unterschicht, kriminell komplett widerlegt haben und diese jungen Frauen haben furchtbare Verbrechen begangen. Einfach so und dann fragt man sich ja auch, wie viel mörderisches Potenzial steckt in uns allen und das sind einfach die interessanten Themen dieses Films. Er sieht sehr gut aus, aber auch die Musical-Szenen, das hatten wir ja auch bereits diskutiert, haben nicht diese typische Opulenz oder dieses Grandiose, wenn wir da jetzt zum Beispiel zurückgehen würden zu den klassischen Musicals, wo teilweise in Szenen, da hatte ich ja schon erwähnt, sowas wie Busty Berkeley oder so, da sind hunderte Tänzerinnen und Tänzer in unglaublich komplexen Bühnen, das war ja noch die Zeit, als Special Effects relativ limitiert waren, das heißt alles, was wir da sehen, Kameraschwenks und so, wurde mit einem riesigen technischen Aufwand, einem riesigen Aufwand an Bühnenbild und Extras, Tanzleu, also Tanzperformances, die immer perfekt sein mussten, obwohl sie manchmal Minuten oder Stunden lang gingen, das hat der Film alles nicht, da ist der relativ klein, aber das schadet ihm in meinen Augen zumindest nicht. Ja, ich frage mich nach wie vor, ob Todd Phillips so, was das Erzählerische und was so seinen Blick über Gesellschaft, da haben wir nun auch schon etwas ausführlicher drüber gesprochen, ich glaube, wir sind uns einig, also einen Punkt können wir schnell abhaken, Harvey, Harvey ist ja schon, Harley Quinn und Arthur Fleck sind, das ist für mich eine tief toxische Beziehung und zwar irgendwie auf beiden Seiten, ich wüsste aber gar nicht, wer jetzt toxischer und also wer jetzt sozusagen den einen oder die andere runterzieht oder mehr runterzieht, mehr in den Abwärtsstrudel, denn, seien wir ehrlich, tiefer als Arthur in den Abwärtsstrudel, wenn man mit der Todesstrafe oder einem die Todesstrafe lohnt, kann man eigentlich gar nicht tiefer sinken. Aber wie findet ihr jetzt diese Aussage, die Philips da, oder eine der Aussagen, ich habe ja schon gesagt, so diese Systemkritik, die im ersten schon relativ plakativ war, ist im zweiten, finde ich nicht viel weniger subtil, sondern ist schon wirklich sehr, sehr, ja, on the nose und findet ihr eigentlich, dass das so funktioniert, was er da eigentlich sagen möchte, eingedenk der Tatsache, dass er ja nun wirklich erzählerisch gar nicht so viel auf der Brust hat, Melanie, was sagst du dazu? Also dieser Blick auf die Gesellschaft, dieser auch sehr, sehr negative Blick auf die Gesellschaft, wie ist das bei dir angekommen? Ja, er macht das halt ähnlich wie beim ersten auf jeden Fall, also es ist halt auch wieder dieses sehr, also absolut finstere, absolut kalte Weltbild, absolut grausam auch, das merkt man ja, also das hat man ja auch ja gerade schon angesprochen, die ganzen Leute, die auch das System halt darstellen und was da zum Beispiel eben auch in den Gefängnissen abgeht und sowas, das ist ja natürlich, also das ist halt genau eigentlich wieder das Ding, was auch im ersten Film gemacht wurde, du denkst, es kann nicht mehr schlimmer werden und dann wird es immer schlimmer, auf die Figur wird noch mehr drauf gehauen und dann passiert das und dann passiert das und dann kommt dieser Reveal und dann, also es wird eigentlich immer nur noch schlimmer, bis dann irgendwie dieser Punkt der Eskalation kommt, wobei man jetzt aber auch sagen muss bei dem Film, der Punkt der Eskalation kommt, aber dann passiert etwas sehr Interessantes, was für viele glaube ich auch sehr unbefriedigend sein wird, weil Leute wollen irgendwie so eine Genugtuung, also man will so ein Payoff haben für all das Leid, was passiert und der Film macht dann was sehr, sehr Spannendes. Finde ich auch wieder einen spannenden Kommentar, wie gesagt, da kommen wir im Spoiler-Teil nochmal zu und nehmen den Faden nochmal auf, den du da schon mal schön ausgelegt hast. Lida, wie war es bei dir? Also wir biegen ja so ein ganz kleines bisschen Richtung Fazit und Spoiler-Part ein. Ist dir das, neben der erzählerischen Redundanz, ist dir das als Aussage, reicht dir das sozusagen, dass es nochmal wieder in Richtung Gesellschaft und Gesellschaftskritik geht und die aber sehr, sehr plakativ daherkommt? Reicht dir das aus? Da der Film auf so vielen anderen Ebenen für mich funktioniert hat, ja. Ich zitiere ausnahmsweise mal so einen der verstaubten alten Männer des Kinos, nämlich Truffaut, der sagte, ein Film ist kein Gewehr und wenn ich eine Message habe, schreibe ich einen Brief. Was quasi heißt, es muss keine Botschaft drin sein und dass der Film nicht vordergründig eine super clevere Botschaft hat, würde ich ihm nicht zwangsläufig zum Vorwurf machen, zumal da an so vielen Punkten interessante Faktoren drin sind, bewusst oder unbewusst, dass ich die Botschaft eigentlich gar nicht so plakativ fand. Man kann natürlich ganz oberflächlich sagen, ja, es ist jetzt Systemkritik, aber Systemkritik kann ja ganz viel sein und auch diese Charakterisierung und die Psychologie, für mich hat das alles sehr gut funktioniert, insbesondere weil es ja trotzdem noch unterhaltsam war, denn wir kennen das ja sicherlich alle, dass manche Filme eine super intelligente Botschaft und mega komplexen Subtext haben und dann aber total verstaubt und langweilig sind und dann sagt man sich ja auch, okay, das ist jetzt mehr akademisches Kino als irgendwie was, was Spaß macht und dass dieser Film aber trotzdem noch unterhält und Spannung mitbringt und Figuren, die einem nicht egal sind, egal ob man sie jetzt mag oder hasst, aber sie sind einem nicht gleichgültig. Das hat für mich einfach ausreichend funktioniert. Okay, eine Nachfrage noch, inwiefern oder aufs was hast du Spannung gezogen? Denn ich muss ehrlich sagen, die 134 Minuten, die er auch an Laufzeit mitbringt, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass er mir zumindest eine Menge Sitzfleisch abverlangt. Welche Momente fandst du, oder wenn du zumindest Spoiler-Frau sagen kannst, woraus hast du die Spannung für dich, worauf hast du die gezogen? Die Figuren, die Norm z.B. die Frage, kommen Harley und Joker zusammen und wenn ja, in welcher Weise, also bei mir gab es z.B. immer die Angst, dass es ein klassisches Happy End gibt. Okay. Oder gibt es, es hätte ja auch ein total anastisches Happy End geben können, dass beide am Ende als Verbrecherpaar gefeiert werden. Sie hätten beide umkommen können, sie hätten beide entkommen können. Es gibt da ja unglaublich viele Möglichkeiten auf, wie wird der Prozess am Ende geframed? Ich hätte mir auch einfach vorstellen können, dass er am Ende auf einem elektrischen Stuhl landet und dann gegrillt wird und der Film ist zu Ende. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten und da lag für mich wirklich eine Spannung drin. Okay. Aber es ist, da gebe ich dir, wenn ich das so ein bisschen aus dieser Frage nehme, auch recht, es ist eine subtile Spannung und es ist jetzt kein Nägelkauf-Film. Nee, genau. Das, da bin ich bei dir. Und Melanie, wie war es bei dir? Also ich sag's ja, 134 Minuten Laufzeit, ich hab sie schon irgendwie gemerkt und die Aspekte, die Lida jetzt gerade benannt hat, aus denen sie Spannung gezogen hat, die kann ich durchaus nachvollziehen. Ich bin aber ehrlich, ich hab jetzt bei der Sichtung die für mich nicht so wahrgenommen und es nicht als spannend empfunden, sondern eher in einigen oder anderen Nuancen von interessant, also dass es schon interessant war, worauf es vielleicht hinauslaufen könnte. Wie war das bei dir? Ich find den Film jetzt auch nicht spannend, spannend. Ich find ihn okay, spannend. Und was für mich auch auf jeden Fall der spannendste Punkt eigentlich an dem Film war, war dieses, wie wird er jetzt zu Ende gehen? Also ich hatte jetzt nicht mal unbedingt diese Spannung hinsichtlich der Beziehung der beiden, aber vielmehr dieses, okay, was machen die jetzt und was wird das irgendwie, also auch wieder dieses Message-Ding, aber ich hatte das irgendwie die ganze Zeit im Kopf, was werden sie machen und was wird das aussagen, so. Das fand ich sehr, sehr interessant und das wollte ich halt sehen und ich war die ganze Zeit auch so, okay, jetzt machen wir das und jetzt gehen wir so und dann jetzt hier und dann, ja, aber dazu mehr im Spoiler-Part. Ja, prima. Also Mädels, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt noch unbedingt einen Aspekt, den ihr vor dem Spoiler-Part, also spoilerfrei benennen könnt und auch vor einem Resümee benennen könnt, dann ihr hättet jetzt fast wie in der Schule gesagt, dann meldet euch bitte, aber dann hakt einfach kurz rein und sagt, ich hätte noch zwei Punkte, ansonsten würde ich so ein bisschen Richtung Resümee abbiegen, ist das in Ordnung für euch? Ja, Resümee. Ich wollte noch sagen, dass ich Kostüme und Maske sehr gut fand. Ja, das tatsächlich, also gerade auch die Joker-Maske an sich, an die man sich in Teil 1 so ein bisschen gewöhnen musste, das ist aber, finde ich, bei jeder neuen Joker-Interpretation nur, dass man erstmal ein bisschen fremdelt, aber ich glaube, da sind wir uns alle eigentlich so sehr, wie bei Jared Leto, wenn ich gefremdelt bin und gerade jetzt in Teil 2 auch, da gebe ich dir vollkommen recht, was Ausstattung angeht, was Kostüme angeht, was Make-up angeht, sicherlich, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da eine Nominierung bei den Academy Awards rausspringt. Das glaube ich. Schön. Wie machen wir es denn jetzt, Lida? Also wollen wir es dem Alter entsprechend machen? Das heißt, du zuerst, dann ich quasi beim Sandwich, ich bin die Wurst, ich komme in die Mitte und am Ende kommt Melanie mit ihm Resümee. Sollen wir es so machen? Ja, können wir gerne machen. Prima, dann leg mal los. Also ja, ich habe ja bisher das schon mehr als deutlich gemacht. Für mich hat dieser Film wirklich funktioniert. Er ist großartig gespielt. Er hat einen tollen Soundtrack, der dazu einlädt, sich einige Klassiker des Musical-Genres, die wirklich nicht so schlecht sind wie die meisten Musicals. Es handelt sich ja hier aus Perlen aus Jahrzehnten nochmal anzusehen, der sehr komplex und vielfältig ist, sowohl in seinen Charakterbildern als auch in seiner gesellschaftlichen Referenz und eine absolut innere Konsequenz hat. Ich will jetzt hier auch die Story in keiner Weise vorwegnehmen, aber so wie der Film sich entwickelt und endet, ist es einfach konsequent und schlüssig und funktioniert sehr gut, als bin dann auch zum ersten Teil diese ganze Panik im Internet. Oh Gott, es ist ein Musical, die kann ich schwer nachvollziehen. Es gibt gute Musicals und das ist sicherlich eines und ich denke, die also der Ausmaß der Musical-Elemente sollte nicht überschätzt werden. Sie sind mehr Eckpfeiler, die ein Gerüst aufrechterhalten, als der ganze Inhalt des Films. Ja, da gehe ich mit. Also gerade für mich, der jetzt Musical-Berührungspunkte nicht so viel hat, ist das sicherlich nicht der Aspekt, der mich davor gehindert hätte, ins Kino zu gehen. Dennoch muss ich sagen, für mich war so im Nachhinein merke ich das Folie adieu. Ich will nicht sagen, dass der bei mir jetzt immer mehr wächst, aber ich merke doch, dass ich jetzt zum zweiten Mal ausführlicher und zum dritten Mal etwas intensiver über den Film nachdenken muss, in Anführungsstrichen, weil es etwas zu besprechen gibt. Und ich merke, dass es durchaus etwas zu besprechen gibt. Das ist jetzt nicht so, dass ich danach sage, worüber haben wir jetzt eigentlich eine anderthalb Stunden Besprechung gemacht, sondern es ist schon so, dass es Aspekte gibt, die der Film hergibt. Und ich muss auch entgegnen, im Gegensatz zum ersten Teil, den ich da teilweise ein bisschen aufgesetzt intellektuell und spannend in diesen Aspekten fand, wo ich dachte, also da gibt es eigentlich gar nicht so viel Interpretationsspielraum. Merke ich doch, dass Teil zwei vielleicht weniger Interpretationsspielraum bietet als Teil eins, aber dennoch Aspekte beleuchtet, die ich durchaus im Nachgang, die so ein bisschen einsickern in mein Unterbewusstsein, wie ich das merke. Aber ich fand halt Lady Gaga nicht ganz so stark in ihrer schauspielerischen Performance. Rock in Phoenix ist da sicherlich eher der Ankerpunkt. Ich fand es erzählerisch doch äußerst dünn. Also neben den Aspekten, was Figuren, was Charakterisierung angeht, war mir einfach das, also ich hatte ein bisschen das Gefühl, als hätte man hier ein Sequel gedreht, weil man halt eine Milliarde Dollar beim ersten Film eingenommen hat und deswegen inhaltlich jetzt nicht komplett nichts Neues liefert, aber es doch schon sehr vieles ist, was man sich auch hätte so denken können. Es ist kein Rian Johnson, ich spiele komplett oder unterlaufe Erwartungen, aber es ist sicherlich so, ich würde mal, deswegen sagte ich auch vorhin schon Kudos an Todd Phillips, es ist schon so, dass er sich das sicher nicht leicht gemacht hat. Inhaltlich vielleicht schon, aber gerade was die Machart angeht, hätte man da definitiv viel mehr auf Nummer sicher spielen können. Dafür Chapeau, ich kann nicht alles komplett wertschätzen, aber ich habe so die eine oder andere Sache, die doch so im Nachgang und ich habe gestern zwar gesagt, ich muss den Film jetzt nicht in näherer Zukunft schon ein zweites Mal sehen. Ich glaube, wenn jetzt jemand mich einladen würde und sagen würde, ich würde am Wochenende nochmal dich in Folie adieu reinschleppen. Ich wäre übrigens gespannt, wir haben ihn ja alle drei in der OV gesehen. Ich bin sehr gespannt, ob die Musicaltexte, die bei uns jetzt in der jeweiligen Pressevorführung nicht untertitelt war. Ich glaube, dass das deutsche Publikum, der Orthonormal-Kinogänger davon durchaus profitieren könnte, wenn die Musiktitel Untertitel hätten. Um ein bisschen nachzuvollziehen, weil ja auch die Lieder zwar nicht viel erzählen, aber zumindest aber textlich doch ein bisschen eine Aussage haben dabei. Ja, aber ich habe es schon gesagt, ich fand den Film deutlich zu lang. Ich hätte mir die eine oder andere Musical-Nummer weniger gewünscht und deswegen gebe ich so eine milde Empfehlung für Joker folie adieu. Ich kann diesmal auch gar nicht sagen, wer den ersten Teil nicht mochte, wird jetzt den zweiten lieben oder wer den ersten Teil mochte, wird den zweiten nicht mögen. Ich glaube, da sollte sich wirklich, das sollte man sowieso bei jedem Film, aber bildet euch mal die eigene Meinung, liest vielleicht gar nicht so viel vorher, hört nur unseren Podcast und mindestens mal bis zum spoilerfreien Part. Dann geht ihr ins Kino und dann sind wir sehr gespannt, was ihr zu diesem Film sagen werdet und ich bin jetzt gespannt, was Melanie zu diesem Film abschließend sagen wird. Ich habe echt Probleme mit dem, muss ich sagen. In dem Sinne, dass ich nicht weiß, was ich über ihn denken soll. Es ist für mich halt wirklich, ich sehe beide Seiten, also natürlich ich hatte, also wir haben jetzt über ein paar sehr positive Aspekte gesprochen, wie zum Beispiel eben wieder eine Joaquin Phoenix. Ich finde auch, wie gesagt, Kameraarbeit finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht hier. Ausstattung ist sehr gut, Filmmusik ist gut, Musical Performances hätten meiner Meinung nach noch mehr sein können. Also nicht mehr sein können, ich meine von der Inszenierung hätte es mehr sein können, hätte man mehr machen können. Aber mein Problem ist einfach, ich weiß nicht ganz, ich stehe komplett in der Mitte, was das angeht, weil ich sehe, was der machen will und ich finde es auch wirklich krass mutig, was er machen will, weil es halt so viele Leute vor den Kopf stoßen wird. Andererseits kann ich halt voll verstehen, dass Leute sich vor den Kopf gestoßen fühlen und ich war tatsächlich auch irgendwie auf eine Weise ein wenig enttäuscht. Deshalb, aber ich kann jetzt nicht im Ausführchen darüber sprechen, weil es würde halt in die Spoiler-Richtung gehen, weil es ist insbesondere das Ende und die Entwicklung des Films, die sehr kontrovers sein wird. Ja, und wie gesagt, allein schon, dass es ein Musical ist, wird total viele halt absolut irritieren. Das sehe ich jetzt schon in einigen Kommentaren. Ja, Fairpoint, kann ich durchaus nachvollziehen. Joker Folie Adieu läuft jetzt ab dem 3. Oktober, also am Tag der Deutschen Einheit in Deutschland. in unseren Kinos an. Ich glaube, wir können alle drei das unterschreiben. Schaut euch mal lieber eine OV an. Ich finde gerade, was so die gesanglichen Darbietungen angeht, ich hoffe, dass sie nicht übersetzt werden. Das wäre doch der größte Frevler. Aber jetzt nehmen wir mal den Faden auf, Melanie. Wir haben ja so zwei, drei Sachen, die wir in den Spoiler-Part packen wollten und deswegen kommt hier die Warnung, wer jetzt also Joker Folie Adieu noch nicht gesehen hat oder diejenigen, die mit Spoilern überhaupt keine Probleme haben. Die dürfen natürlich auch gerne am Ball bleiben, aber jetzt folgen tatsächlich inhaltliche Spoiler, Spoiler, Spoiler. With that being set, ich würde ganz gerne tatsächlich auch über das Ende von Arthur sprechen. Und ich sage auch ganz besonders und ganz, ganz ausdrücklich, dass das Ende von Arthur nicht vom Joker, denn ich habe es jetzt schon so interpretiert, als wenn dieses Setting, man muss es vielleicht einmal inhaltlich auch einbetten, wir hören keinen Urteilsspruch, wir hören nur die drei Schuldsprüche im Sinne der Anklage, aber wir hören aufgrund des Wieder-Weg-Dämmens von Arthur nicht, bekommt er jetzt die Todesstrafe oder nicht. Das heißt, es ist nicht ganz klar, wie das Urteil ausfällt. Und wir haben dann eine Szene im Arken, wo jemand ihn besuchen möchte, aber kein Wärter auf dem Flur ist und ein Insasse ihm einen Witz erzählen möchte. Und dieser Witz endet damit, dass dieser Insasse Arthur mehrmals in den Bauch sticht und Arthur daraufhin stirbt. Und ich habe es dann so interpretiert und so gesehen, man sieht dann ja auch im Background, dass diese Figur, die Arthur getötet hat, mit dem Messer sich so am Mund quasi, ja sag mal mindestens so das Blut hinwischt, wie einen Joker-Mund, eher aber vielleicht sogar sich a la Hefletcher das mit dem Messer oder mit dem Schneidwerkzeug quasi aufschneidet. Das heißt, ich habe es jetzt so interpretiert als das System, also für mich war das ein klares Setup, dass hier Arthur quasi anscheinend nicht zum Tode verurteilt wurde und dass jetzt also die Wärter sich sozusagen verdeckt dazu geschlossen haben und gesagt haben, komm, lass mal den da rein, der wird das schon für uns erledigen und dann haben wir unsere Genugtuung und dann ist der Mann von der Bildfläche verschwunden und dieses ganze Joker-Brimborium ist auch erledigt. Aber irgendwie scheitert das ja dabei, weil aus dieser Figur, die Arthur tötet, irgendwie für mich zumindest den Anschein hatte, als wenn mir Todd Phillips sagen möchte, seht ihr und man kann vielleicht diesen Joker, diese Inkarnation des Jokers töten, aber die Idee in Anführungsstrichen, die Joker verkörpert, die kriegen wir nicht getötet, weil das System auch solche Menschen produziert. Seht ihr das ähnlich oder sagt ihr, Timo, was für ein Schwachsinn, wie mein Professor früher sagte, wo steht das im Text? Wie steht ihr dazu lieder? Bist du auf meiner Seite oder sagst du, nee, das siehst du völlig falsch und das sehe ich anders? Ich bin da tendenziell auf deiner Seite. Ich habe das definitiv dazu in diese Richtung interpretiert, dass der Mensch nicht gleichzusetzen ist mit dieser Figur, die er da im Auge der Öffentlichkeit verkörpert und dass das System, gerade wenn es eben glaubt, also dass das System den Fehler einer absoluten Individualisierung macht, dass es eben genau das glaubt, das ist der Joker, den beseitigen wird. Und ja auch Lady Gagas Figur Harley Quinn diesen Fehler macht, dass sie ihn nur als Joker sieht und als sie Joker nicht mehr in ihm sehen kann, er für sie ja praktisch gar nicht mehr existent ist, also nahezu verschwindet, auch wenn er als Mensch noch präsent ist, dass also sein physischer Tod sozusagen nur noch eine Art Nachholung des bereits erlittenen ikonischen Todes ist und dass aber es genug Anwärter gibt auf diese öffentliche Position des Jokers oder einer crazy anarchischen Figur, die das System irgendwie unterbricht, in welcher Weise auch immer. Also dieses Disruptive- und dass es jetzt keineswegs dieser bestimmte eine Charakter sein muss, diese Nebenfigur, die ihn dann umgebracht hat, sondern dass es nahezu jeder sein könnte. Melanie, du sagtest, du hast Probleme mit dem Ende. Ich sag mal dazu, ich hab das Ende jetzt nicht vorausgesehen, aber ich find's in seiner schlussendlichen Konsequenz irgendwie schlüssig und auch konsequent. Du sagst aber, du hast Probleme damit gehabt. Vielleicht kannst du dir ein bisschen ausführlicher beschreiben, wo genau deine Probleme sind. Mein Problem war auch schon vorher und ich weiß nicht genau, ob man das Problem nennt. Es ist halt irgendwie so mehr dieses, ich weiß nicht mal, ob es mal ein persönliches Problem ist. Ich glaube, es wird nur Leute halt sehr irritieren, weil was ja eigentlich auch passiert, ist schon im Gerichtssaal, also der Figur passiert ja wirklich etwas. Wir können ja drüber sprechen. Also Afer wird ja Wir spoilern jetzt die Hucke voll. Afer wird ja auch im Gefängnis dann wirklich misshandelt von diesen Wärtern. Und was dann passiert, ist ja dieser Moment im Gerichtssaal, wo er ja quasi praktisch aufgibt. Also er hat dann wirklich diesen Moment, wo er völlig gebrochen ist und er einfach sagt, okay, das ist jetzt vorbei. Also das möchte ich jetzt gar nicht mehr machen. Und ja quasi die Figur aufgibt, dann geben alle anderen ihn noch quasi auf, wie halt eben Lady Gaga, die ja dann total enttäuscht davon ist, dass er eben nicht diesem Pfad folgen will. Und was dann halt am Ende halt auch noch ist, also ich finde es spannend, dass wir halt spannend und irgendwie auch schade, dass wir es nicht wissen, dass was das Urteil jetzt gewesen wäre. Dann haben wir noch diesen Zwischenstep, wo er dann quasi ausbricht und also, sorry, es ist gerade sehr viel Chaos in meinem Kopf, das alles nochmal aufzurollen. Ich glaube, was mich am meisten so ein bisschen dran stört, ist so, ich habe diesen Film geguckt und ich weiß irgendwie nicht ganz, für was ich ihn geguckt habe. Also es macht irgendwie auch für mich so, wo habe ich das alles jetzt gesehen? Weil es ist irgendwie dieser Anstieg und dann einfach, okay, nee, will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr und das war's dann irgendwie. Okay. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Punkt, obwohl, wie gesagt, wenn man es jetzt wieder von einer Message aus betrachtet, dann will der Film ja dir wahrscheinlich irgendwie was damit sagen. Aber ich weiß halt, ich glaube, die meisten wird es halt und ich verstehe es halt auch einfach nur enttäuschen, eben sowas zu sehen, weil wir investieren sehr viel Zeit mit dieser Figur, nur damit am Ende dann das passiert. Okay. Aber du gehst nicht mit uns beiden älteren Herrschaften, um das mal so glummig zu sagen, und sagst, ist diese Folgerichtigkeit nicht irgendwie total konsequent? Ja, schon. Für dich? Eigentlich schon, weil ich, also ich hab mir eigentlich, wenn der Film jetzt keine andere Message ausgemacht hätte, hätte ich mir keine, kein Szenario vorgestellt, wo er nicht stirbt. Also irgendwie war es für mich dann trotzdem klar, dass er stirbt. Aber, ich weiß nicht, ich bin sehr, also ich hab sehr viele Gedanken dazu und ich kann es irgendwie gerade nicht richtig gut in Worte fassen, was genau jetzt der Aspekt ist. Ich glaub, es ist irgendwie so ein bisschen dieses, er baut was auf und lässt es dann fallen. Das ist so das. Ja, okay. Ja, also das ist tatsächlich vielleicht eines, ich sag jetzt nicht eines Rian Johnsons, würde ich, aber es ist schon ein bisschen, mag man es nonchalant nennen, aber es ist sehr unspektakulär, da gebe ich dir recht. Also es ist jetzt auch, ich weiß nicht, wie es euch ging, als diese Szene anfängt, also mir ging es dann zumindest so, dass ich dachte, okay, der Hase wird jetzt so laufen, da ist niemand, der auf ihn wartet, sondern da wartet auf ihn nur jemand, der quasi, ja, den Richter, der anscheinend nicht zum Henker wurde, also nicht ihn auf den elektrischen Stuhl und die Jury ihn anscheinend nicht schuldig, zumindest schuldig gesprochen hat, aber ihn nicht zum Tode verurteilt hat, dass quasi das System sagt, okay, wir müssen aber diese Idee des Jokers und diese Anarchie aus der Welt beseitigen und wir kriegen es eigentlich nicht geschafft. Und insofern fand ich das natürlich jetzt dann auch wieder recht schlicht in seiner Botschaft und Konsequenz, aber ich fand es konsequent und auch das gebe ich Philipps. Ich merke auch so, dass das im Laufe dieser letzten 24 Stunden ein bisschen in meinen Schädel einsickern musste, weil ich direkt aus dem Kino auch dachte, ja, okay, alles klar. Ja, das merke ich jetzt gerade auch, also das ist zum Beispiel gar nicht das, was ich jetzt groß beleuchtet hatte, weil, okay, jetzt sehe ich es auch nochmal ein bisschen klarer, auch überhaupt, dass es darum geht, diese Figur zu töten, aber man schafft es nicht, wirklich die Figur zu töten und das, was sie halt irgendwie dann wieder in der Gesellschaft repräsentiert. Also das ist wieder spannend. Ja, das fand ich wirklich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Und was ich, ich glaube, Lida, du hattest das schon mal angerissen, es ist ja wirklich so, dass Harley Quinn so, ich sag mal so, also Comic-Fans, die Harley Quinn sehr schätzen, werden mit dieser Version glaube ich nicht so ihre ganz große Satisfaktion haben. Ich habe gestern schon mit Alvin von den Rocket Beans, der sehr, sehr großer Harley Quinn-Fan ist, aber nach wie vor irgendwie diese Figur, wie er sagte, irgendwie wird sie ihm madig gemacht auf der Leinwand, weil sie immer so eine Art ja dumme Bitch ist, die quasi so ein bisschen, ja, leiden muss unter den Männern, aber nie so richtig richtig positiv rüberkommt. Und ich weiß nicht, da gibst du mir recht, dass jetzt auch, dass Harley jetzt auch wieder so ein bisschen negativ rüberkommt, weil ich meine, man muss das dazu sagen, es gibt eine Szene, in der im Arthur die Flucht aus dem Gerichtssaal gelingt, weil eine Explosion stattfindet und sie treffen sich an der ja fast schon legendären Treppe, die man aus dem ersten Teil auch kennt und da gibt es halt nur noch Gesinge von Lady Gaga und Arthur möchte ganz gerne, dass Harley nicht mehr singt, sondern dass sie mit ihm redet und sie reagiert gar nicht mehr auf ihn. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine Art Spiegel ist, wenn Arthur in seine innere Immigration gerät und sein bisschen abschweift, dass jetzt Lady Gaga oder Harley Quinn hier vielmehr so abschweift und ihn aber, wie ich finde, doch schon fallen lässt wie eine heiße Kartoffel, als sie merkt, du bist ja doch nur Arthur und nicht der Joker. War das bei dir auch so das Gefühl? Das passt zu ihrer Figur und ich finde gerade, dass darin ihre Stärke liegt. Sie ist eben kein guter Mensch und das ist er ja auch nicht. Insofern spiegeln sich die beiden, man könnte fast sagen, sie verdienen einander auf gewisse Weise und es geht ja auch um diese Konstruktion von Idealen und dass man letztendlich niemals das kriegen kann, was man möchte, wenn man sich so ein Ideal konstruiert. Das ist ja mit jeder prominenten Person so vermutlich auch Aspekte, die beide aus ihrem privaten Leben kennen. Wenn jemand eine sehr bestimmte Bühnen- oder Showbiz-Persönlichkeit hat, kann der einfache Mensch niemals rund um die Uhr dieses Ideal aufrechterhalten und in diesem Fall eben nicht. Insofern, ja, ich denke, dass es bei Leuten, die sehr große Fans einer bestimmten Figur sind, egal welcher, oft so ist, dass diese Leute auch ein sehr, sehr spezifisches Bild davon haben, wie diese Figur sein soll und wenn dieses Bild nicht erfüllt wird, schnell enttäuscht sind. Insofern würde ich das nicht unbedingt an einem Mangel der Figur festmachen. Ich persönlich finde es eher interessant, wenn Charaktere auf verschiedene Weise ausgelegt werden, denn ganz ehrlich, egal um was für eine Figur es geht, ob es jetzt um einen klassischen Musical-Helden geht, um jemanden wie aus der Star is Born oder Hamlet in Shakespeare, warum soll ich mir zehnmal Hamlet angucken, wenn jeder Hamlet gleich interpretiert ist? Verstehst du? Und genauso geht es mir bei jeder, bei jeder Figur, egal ob Comic, Buch oder Frankenstein, warum sollte ich zehnmal Frankenstein gucken, wenn jeder immer sagt, und so ist Frankenstein? Das wäre einfach langweilig. Ich denke, das ist die einzige Berechtigung sogar, dass man Sachen immer wieder verfilmt, dass man sagt, wir machen es jetzt anders. Okay. Ja, es ist wirklich ein valider Punkt, den ich so auch nicht gesehen habe. Ich bin selber ja jetzt, was Comics angeht, sicherlich kein Lexikon, sondern habe sehr selektiv Comics wahrgenommen. Ich erkenne aber, ich habe es gestern ein bisschen zynisch formuliert, also Harley Quinn ist in dem Film, damit Lady Gaga Duetts singen kann. Das könnte man jetzt als Zyniker auch so festhalten. Aber ich gebe dir wirklich den Punkt, weil ich ihn sehr valide finde, dass da so eine Art, also auch wieder diese Toxic in der Beziehung, die wir auch schon angesprochen haben, ohne Harley funktioniert das Ganze tatsächlich nicht. Wie ist es bei dir, Melanie? Du hast ja der Figur doch ein bisschen weniger Kredit gegeben bei Harley Quinn. Ist das für dich am Ende so eine Art von im Stich lassen von Arthur und das, was schon so ein bisschen, also man könnte ja ihr auch die Schuld daran geben, dass diese ganze Entwicklung überhaupt erst so stattgefunden hat. Wir hatten vorhin schon im Non-Spoiler-Teil es nur angerissen. Es ist ja unter anderem auch Harley zu verdanken, dass Arthur seine Pflichtverteidigerin entlässt und sich selbst verteidigt. Dass also Harley auch sagt, bitte nimm deine Medikamente nicht mehr ein. Da kann man also schon, wenn man so ein bisschen ist negativ konnotiert, so ein bisschen, finde ich zumindest, könnte man Philipps den Vorwurf machen, dass er jetzt ausgerechnet einer weiblichen Figur quasi so ein bisschen versucht, zumindest in Ansätzen die Schuld in die Schuld zu schieben. Hast du das auch so gesehen oder ist das von mir zu weit hergeholt? Also ich finde, sie ist auf jeden Fall schon die Strippenzieherin hier. Also das ist ja das, was ich eben halt meinte. Sie ist, finde ich, das Vehikel, um wirklich den Plot ins Rollen zu bringen, weil ganz ehrlich, wie wir Arthur jetzt am Anfang des Films kennengelernt haben, der hätte gar nichts mehr gemacht. Der hätte einfach nur da rumgesessen, hätte alles nachgeklappert, irgendwie so ein bisschen, was die Anwältin ihm gesagt hätte und das war es. Aber eine Korrektur nur, aber der Prozess hätte ja nach wie vor stattgefunden. Genau, ja. Also das ist ja schon so, dass diese Handlung ist auch ohne Harlequin. Ja, aber er wäre dann, er hätte dann, wie die beiden es geplant hätten, dann halt versucht halt auf diese Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Und was ja durch sie dann eben passiert ist, ist überhaupt, dass er die Medikamente auch abgesetzt hat. Das, was ja dann auch wieder dazu geführt hat, dass er ja dann wieder mehr klarer im Kopf wird, auch quasi klarer, wie man es jetzt nennen will. Ja, das wäre die Frage zum Beispiel, ob Arthur überhaupt, also ohne jetzt zu sagen, er ist halt geisteskrank und deswegen ist er so, aber es ist schon, finde ich, schwierig bei ihm zu fassen, so wann ist Arthur eigentlich in Anführungsstrichen zurechnungsfähig, wann hört er eigentlich auch wirklich zu und wann ist er so in seiner eigenen Welt, denn das hat ja, finde ich, der zweite Teil auch nochmal klar gemacht, wenn es im ersten schon manchmal sehr plakativ so war und auch aufgelöst wurde, manche Sachen bildet sich Arthur tatsächlich ein, Stichwort Beziehung zur Nachbarin und manche Sachen bildet er sich nicht ein und ich fand, dass der erste Teil am Ende ja durchaus auch uns die Interpretation zumindest im Raum gestanden hat, dass man auch interpretieren konnte, dass vieles, was Arthur widerfahren ist, nur eine Einbildung war. Der zweite Teil ist da, finde ich, schon deutlich geschlossener und macht sehr häufig klar, das hast du dir eingebildet und das ist in der Realität eigentlich passiert. Insofern war es für mich vom Interpretationsspielraum ein bisschen geschlossener bei Folie Adö. Ich hatte mich aber zwischendurch schon immer gefragt, was jetzt gerade real ist und also ich hatte zum Beispiel die erste Hälfte des Films Sorge, ob Lady Gaga und ob das gerade alles wirklich passiert, weil wir wie gesagt schon am ersten Teil so sehr an der Nase herumgeführt wurden, was manches angeht. Aber okay, da sagt er dann ja wirklich ganz genau, was Sache ist, dass es sie wirklich gibt und dass das halt eben wirklich alles passiert ist. Ja und also was ja beide Filme und auch dann im zweiten Teil vor allem beide Figuren ja eint, ist diese Unzuverlässigkeit im Erzählen. Das heißt, wir wissen ja eigentlich nie so richtig, stimmt das, was Arthur uns präsentiert und wir sehen es ja sehr häufig oder fast ausschließlich aus seiner Sichtweise und seinem Blickwinkel. Aber sie, du hast es ja vorhin schon einmal angedeutet und gesagt, sie lügt ihn halt auch schon bei sehr, sehr großen Dingen an. Sie hat sich nicht, in Anführungsstrichen, sie wurde nicht eingewiesen, sondern sie ist freiwillig dort. Sie ist Psychologie-Studentin oder zumindest, vielleicht sogar promoviert, das habe ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Sie kommt auch nicht aus der gleichen, aus dem gleichen Stadtteil und aus dem gleichen Viertel wie Arthur, wie es hier vorgibt, sondern sie kommt aus gut betuchtem Hause. Also ist quasi eher eine Kaste in Anführungsstrichen über ihm, mindestens mal eine Kaste. Deswegen, du kannst, also die Unzuverlässigkeit, die Arthur im Erzählen hat, die kriegt er quasi nochmal gespiegelt durch Harley Quinn. Ja, absolut. Und ja, diesen Aspekt, ich fand ihn, ich sag mal so, ein wenig interessant, aber gleichzeitig auch dann wieder redundant, weil ich halt dachte, mir ist es schon klar, dass das Konzept hier gerade ist, ich kann eigentlich nicht so ganz dem trauen, was ich sehe. Das ist immer mal ein interessantes, Kafkaeskes, ähm, Erzählinstrument. Aber am Ende habe ich auch gedacht, ja okay, also jetzt habe ich es zweimal. Eigentlich reicht mir einmal, muss ich dann ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, ich hätte mir da mehr Nuance gewünscht bei ihrer Figur. Ja, das kann ich echt verstehen. Also ich, am Endeffekt konnte ich sie halt nicht ganz greifen, außer dass sie halt eben eine sehr manipulative Person ist. Dadurch, dass sie halt eben so viel lügt, weiß ich irgendwie nicht im Endeffekt, was ist das für eine Harley Quinn? Ja, das ist glaube ich aber tatsächlich das Konzept dieses, dieser beiden Filme, dass man einfach nicht zuverlässig sich auf, ja, erzählerische Perspektiven, dass man da nicht vertrauen sollte und sich darauf einlassen kann oder könnte. Gut. Elida, möchtest du noch etwas ergänzen oder habt ihr noch etwas, was ihr im Spoiler-Teil unbedingt loswerden wolltet, was wir im Spoiler-Teil nicht erwähnen durften? Nein, ich denke, ich habe wirklich alles gesagt. Prima. Melanie, hast du noch was auf dem Zettel? Gut, das freut mich. Dann haben wir es doch in roundabout 90 Minuten über Folie Adieu, den zweiten Teil aus Todd Phillips Joker-Reihe, muss man jetzt fast sagen, haben wir es doch ganz gut über die Bühne gebracht. Was nicht so gut über die Bühne gebracht wurde, liebes Metaverse, ihr habt uns den Instagram-Kanal vom Tele-Stammtisch geklaut. Ihr habt ihn gesperrt und darüber sind wir ein bisschen traurig, weil wir gar nicht wissen, warum. Aber liebe Community, das muss euch gar nicht groß grämen, denn ihr könnt ja bei unserem noch immer recht frischen Discord-Server einfach auf uns zukommen, mit uns in Kontakt treten. Wenn ihr die Lieder, die Melanie oder mich ausnahmsweise auch mal bei einer Pressevorführung seht, dann sprecht uns immer gerne an. Ich habe vor kurzem das schon mal erzählt. Ich habe einen meiner Follower bei Instagram, der mich dann fragte, sag mal, warst du an dem und dem Tag auch in Hamburg bei der PV? Ich so, ja. Ja, da war ich auch. Und da dachte ich so, ja cool, wäre halt geil gewesen, hättest du mich so in Realität angesprochen und wir hätten ein Foto gemacht. Ja, ansonsten ist, denkt man so, wir sind doch eigentlich, also wir beißen ja gar nicht, im Gegensatz zum Outro, was der Chef dann immer spricht, wo er sagt, wir beißen auch nie, wir beißen gar nicht. Im Gegenteil, wir freuen uns tatsächlich auch über realen Kontakt mit euch. Ansonsten, wie gesagt, ihr könnt auf unserem Discord-Server mit uns in Kontakt treten und es gibt tatsächlich noch bei X, also dem alten Twitter unter X der Chef manchmal was raus. Melanie könnt ihr bei Instagram finden, Lida seht ihr sowieso, also Lida könnt ihr gar nicht richtig in Realität sehen, weil Lida ist, also Lida schläft quasi im Kino, das müsst ihr einfach zuwissen. Melanie, was können wir bei dir? Kein Zuhause, nur das Kino. Die letzte Mietsteigerung in Berlin war zu viel, jetzt nur noch im Kino. Ja, aber guck mal, manche haben Home-Cinema, du hast Cinema, also Cinema ist ihr Home sozusagen. Das passt doch. Melanie, du darfst natürlich auch immer gerne diese Plattform nutzen, um ein bisschen für deinen YouTube-Kanal zu werben. Was kann der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin da in Zukunft erwarten? Was hast du da im Köcher an neuen Kritiken? Wahrscheinlich natürlich auch was zu Joker, aber du hast ja auch immer so eine so eine quasi, ich gucke Klassiker-Reihe. Was haben wir da als nächstes? Was hast du da als nächstes auf dem Zettel? Magst du es verraten? Also natürlich Folia Deux kommt raus und dann habe ich für diesen Sonntag geplant, ein Stück langsam Ranking. Okay, das gucke ich auf jeden Fall. Da bin ich an Bord. Weil ich habe ja noch nicht über den vierten und fünften gesprochen. Ich habe mir den fünften auch angeguckt. Das tut mir leid für dich. Ja, das tut mir auch leid. Ja, ich bin aber ehrlich, ich habe den damals auch im Kino gesehen und ich traue mich gar nicht zu sagen, ich finde den noch halbwegs okay, aber okay ist halt für einen Die-Hard-Film auch ein sehr, sehr eigentlich vernichtendes Urteil. Hattest du nicht Kopfschmerzen beim Schauen? Du meinst, weil John Moore, unser alter Werbefilm-Remake-Assistent, da immer die Kamera so wackeln ließ. Was? Ich habe andere Probleme mit dem Film. Ich finde wirklich, das ist, also wenn man von einer Reihen-DNA spricht, die Lethal-Weapon-Reihe, die in die Terminator-Reihe auszeichnet, dann hat Die-Hard oder wie heißt er noch? A Good Day to Die-Hard oder Stirb Langsam, ein guter Tag zum Sterben, hat so wenig drin von Stirb Langsam. Wenn da Bruce Willis nicht drin wäre, wäre es ja ein völlig, dann wäre es kein Stirb, ist natürlich ein bisschen bescheuert, das zu sagen, aber ohne Bruce Willis ist kein Film ein Die-Hard-Film. Aber nimm da John McLean als Figur raus und dann hast du einen 0815-Action-Film und das ist schon schade. Er hat so ein, zwei Sequenzen, die ganz cool aussehen, aber das hatte Die-Hard hatte nie Sequenzen, die cool aussehen, sondern Die-Hard hatte zumindest in Teil 1 und 3 für mich Sequenzen, an die ich mich jetzt noch erinnere, die ich legendär finde. Stichwort Hans Gruberfeld vom Nakatomi Plaza. Das sind einfach Bilder für die Ewigkeit und davon liefert... Das sind Bilder für Weihnachten. Ja, absolut. Es gibt ja auch den schönen... Ich weiß nicht, ist das ein Tweet oder ein Meme? Ist das nicht ein Meme, wo es heißt, für mich ist Weihnachten, also auf Englisch natürlich, ich überlege auf Deutsch... Ja, ja, it's not Christmas until I see Hans Gruber far from... Genau so ist es. Genau so ist es. Ich liebe das. Ja, ich finde, die Reihe hat leider nicht einfach den Sprung ins Neujahrzehnt geschafft. Das ist für mich das größte Problem. Ja, also da sind einfach auch Dinge, auch Sätze, die im vierten Teil passieren von Just Long. Also diese Frage, als es so ein bisschen Nachrichtenkritik gibt und John McClendon so süffisant fragt, you got a problem with the news now und es läuft... Also korrigiere mich, du hast den jetzt vor kurzem gesehen, da läuft doch Fox News oder nicht? Also das ist schon, ja, wo wir heute sagen würden, als, sagen wir mal so, normalsterblicher, halbwegs gebildeter Mitteleuropäer, also Fox News als Nachrichten zu bezeichnen, ist schon eine gewagte und steile These. Ja, aber cool, ich freue mich auf das Video, bin ich sehr gespannt, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Bei uns, beim Telestand, ihr wisst, ihr kriegt immer so gut wie alle neuesten Kritiken, was Streaming angeht, ich glaube demnächst kriegt ihr von Zero und ich vermute mal Stu, aber ich würde jetzt noch nicht die Hand ins Feuer dafür legen, zum, ich glaube Freitag erscheint dieser Netflix-Film, der Schach 2, da werden wir auf jeden Fall eine Kritik zu machen. Ja und ansonsten, ey, wenn ihr House of the Dragon, Game of Thrones Kram und wie heißt das andere noch, Rings of Power, genau, das fällt mir aber nicht ein, da kennt ihr die bewährte Recap-Crew um Dom, da hört ihr einfach gerne rein, ihr bringt hoffentlich eine Menge Zeit mit, denn die Dinger gehen nicht mal eben so eine Stunde oder anderthalb, sondern seid ihr schon mal mit zweieinhalb Stunden dabei, aber es macht, ich glaube fürs Abnerden sind das genau die richtigen Formate für euch. Ich bin, äh, out of speeches, ich hab alles abmoderiert, ich moderiere jetzt nur noch ab und sag euch, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, euch beiden, liebe Lieder, liebe Melanie, vielen Dank für die Teilnahme, ähm, ich mach dieses Spiel, Lieder sagt dann Tschüss und Melanie sagt dann Tschüss und ich meine, da bin ich raus, das mach ich nicht so gern, ihr könnt euch verabschieden und ich sag auf jeden Fall Tschüss. Ciao, Tschüss. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal kurz, dass er die Sachen hier hochlädt und dann haben wir das doch geschafft, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit, ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen, also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus